Zack So Ich hoffe es haut jetzt wieder alles hin Freunde, die Safe Zone kommt, die Zone kommt Sorry für die fucking Unterbrechung Weiß ich nicht, was im Moment los ist Hier mit dem scheiß Ragnar Nochmal neu Nochmal neu begrüßen die Family Hm Hm Oh, Dicker So Zum zweiten Mal Berühst euch, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid Ich hoffe es funktioniert jetzt wieder alles richtig Egal, Mann Da spielst du einmal ne andere Waffe, außer blicksen Oder Marco feiert grüß auf die Fresse, Alter Grüße dir mich immer lieber Es geht mir gut, wie geht's dir, Schnucki? Mahlzeit, Erik, Ricardo, Enrico, Alexander Habt ihr jetzt einigermaßen wieder alles? Ist das Bild ok? Ist der Ton ok? War ein bisschen Abfuck gewesen Wir haben im Grunde auch plötzlich 190 FPS oder was? Was ist denn da los, Junge? Was hast du denn? Na, 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 na Mahlzeit, Sonja haben wir ne Klede, so gut ist ne gute Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein Ja, der kämpft da hinten, Mann Der Ficker, Junge, Mann Alter Ist dreckiger Kackgammler, Alter Kötz mich da dann, Junge Hätte ich machen müssen den Lappen, Junge Moin, Christian Die ersten Runden sind zum Einspiel meine Freunde Jimmy geht's zum Glück wieder besser, danke der Nachfrage, mein Lieber Vielen, vielen Dank, Schnucki Sind jetzt noch mal alle, wenn ihr Bock habt, Leute Teilt noch mal den Stream, ihr hübschen Mäuse Like den Stream, wenn euch das Stream gefällt Damit wir wieder auf unsere Familienmitglieder hier kommen Voll abgekackt Ich rede mit euch, ich rede mit euch, dann gucke ich so oft das Bild Weil immer sehe ich, dass das Bild mehr angezeigt wird, Alter Daniel, Grüße, Marcel, Hello Again, Brody, Moin Wie geht's dir, Michi? Woher kommst du eigentlich, mein Junge? Das ist weg im Nimmerland Nack, 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 nack Immer mit dem Finger oder Tastatur Lang hier vorne, gerade Glaub ich, Alter Und immer wieder mein Ding da drauf klappen, da wo ist es denn überhaupt? Biro, Grüße Moin, sein Grandios, du altes Haus Ich hab die Faktor vollzeitiger So viel Scheiße daneben Tastaturreiniger Tastaturreiniger Der andere auch Tastaturreiniger Ach nein Was mach ich denn jetzt hier schon wieder? Nein Nein Nein, nein, nein Ein bisschen zu üben Was mach ich denn die ganze Zeit hier? Kann mir das mal einer erklären? Das tut glaube ich sauber machen, wenn ich die nicht angeschossen habe Ansonsten öffnet sich ja so viele neue Fenster gerade Nein, ich möchte das hier nicht, Dankeschön Das möchte ich auch nicht So Moin Moin Dustin Jonathan Kenan Grüßt euch Markus Tachy Leider zu weit weg Mit einem Heben mit dir Gern mit Michi, Gern mit Digga Das sage ich doch auch mal einer Beziehend Zubehör Eigentlich immer so einmal die Woche Zweimal die Woche Ja ungefähr Ein bis viermal im Monat sage ich mal Digga Schau mal aus dem Leibtsch Leibtsch, man Leibtsch, grüß dich Grüß an der Leibtsch Wir sind aus dem verkackten hessischen Burg Kann man nicht schön zu sagen, wo ich hier wohne Ich meine Dude, wir wohnen hier schön, aber Der Ort ist einfach hässlich und scheiße, Digga Nur Ne, Alter, das ist Ich meine, das haben überall schöne Orte Jeden Wohnort gibt's ein Gebiet Das ist nicht so toll Da gibt's Gebiete, die sind ein bisschen schöner Oder Da ist dann nicht ganz so eklig mit den ganzen Alkoholikern Oder Spritzenopfer Aber wenn ich überlege, wie in Frankfurt das Leben da abläuft, Digga Da wohnen wir dann doch schon endlich gut hier, muss ich sagen So, jetzt aber mal eine Runde jetzt Ja, aber mal richtig zacki zacki hier So, können wir auch hinfliegen, wir könnten natürlich nochmal homie momie raus Bereit machen für den Absprung Grüße aus Zürich, aus Zürich, Stefan Grüß dich, mein Lieber Ne, Magdeburg wohnst du doch, wa? Ja, ne, Magdeburg, genau, das grüßt ist richtig Das ist driftnach Volkommen rye, bro Volkommen rye, bro Reicht, 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 reicht Jaaa An was? Keine Ahnung, was für ein Kerlhase Keine Ahnung Könntest du mich daran erinnern? Ich glaube gerade nicht, was du meinst Hm So Insel Usedom Ach, warte, Enrico, du kommst aus Insel Usedom, oder wat? Da wohnst du, oder wat? Wie kann man da wohnen, Mensch? Warte, Ruhe aufmachen, Mutterjunge, oder wat? Junge, lass dich mal eben großer Ah, moin moin, ichi, grüß dich Panja, hello, hello Jaaa Jaa, hier ist auch unnipp, man Eigentlich müssen wir wieder KGM spielen KGM Und Marco Five Wir kommen gleich runter Wir sind ja in der Zone drinnen Die sind doch nicht auf welche mitgeflogen sind Das wissen wir noch nicht, meine Freunde Och, geh härter, Digga, ich fick mich selber gleich, Hammer, geil Höhengeil, ich finde Perks Digga, wir gehen ja noch gleich in den Bunker rein Und dann kriegen wir nochmal richtig geile Perks Ist ja der, wir kriegen gleich wieder aus dem Maul Wir gucken mal, wie viele Kisten liegen Russland, man, Russland Du bist in Russland, Ricardo? Maultaschenländle Grüß dich, mein lieber Digga Wie viele haben deine Sterne, Timo Schnuckelhase Alter Maultaschenfreunde Maultaschenamudi Grüße, Steffen Da wohne ich, Alter, nice Du bist so stolz auf deinen, Junge Ist ja ein Wundermensch Da wohnen könnt ihr, Junge Ich meine, ich könnte ja überall wohnen Dann streamen wir bisher noch nicht aufzubunden, aber Familie, Kinder, Hundeschen Da war schon so ein bisschen, ja Hardliner haben wir gefunden Das ist schon mal auch gut Da können wir billiger Dronen kaufen, wenn wir pushen gleich Was war denn das, was ich gefunden habe? Das war das Geist? Oder Auffüllen war das gerade, nice Da sind schon die wichtigsten Perks hier mitgefunden, Leute Gleich rollt der Rubel wieder in den Underground Bank Nichts, Bruder Vielleicht sind wir wieder rich, Digga Da kann ich nicht mehr mitnehmen Ich geh mit auf meine Rise im Ferrari, Digga Wir cruisen im Rari, Dude Come on, Digga Wir gehen in Richtung Underground Und, 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 Dude Yes, Yes, Yes Ja, Moment Come on Ja, Auffüllen ist schon echt ein geiler Fickperk, Digga Müsst du vielleicht mal mit dem Komme auf Deckgranaten schon Aber momentan sprich ich echt lieber mit Spritze, Alter Geben wir noch einen Cluster drauf Wir haben es ja Eigentlich können wir noch eine Drohne kaufen So viel Cash, wie wir haben Ach, komm, wir gehen erstmal da runter Geht man eh eine Drohne wahrscheinlich wieder Wenn da schon einer ist, haben wir natürlich Probleme Dann wird es problematisch, Geist Nehme ich mit Danke, guten Moin, Mann Meine Sohne Berlin City, Dude Berlin City, Moment Oh, What? Warte mal, wir könnten ja ganz kurz Wenn der hier rumgelaufen kommt Warte mal, einfach nur wenn hier einer reinkommt Ja, sieht ja die S-Mine da liegen Dann schmeißen wir mal das Ding hier einfach Hier so hin Die muss er ja denn abschießen Oder die geht hoch, die S-Mine Ich muss meine Granaten hier wieder mitnehmen Wir sind in der Zone drinnen Wir haben keinen Zeitdruck Wir haben jetzt schon über 11.000, fast 12.000 Dollar Und jetzt öffnen wir mal den Bunker, meine Freunde Mh, mh 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 Wala, wala Wala, 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 bruder Hey, mach auf das Ding da Boah, Leute, das wird schon wieder als Skribbelchen oder so Skribbelchen wieder so in den Fingern Wir haben gleich alle Perks Wir haben gleich spielte letzten Modus zusammen Es gibt ja jetzt, glaube ich, alle Perks sogar So ein Cluster machen wir noch um den Ruf Wir haben es ja gerade Ja, das haben wir auch schon Wir haben schon die Bubba Perks Haben wir eigentlich schon Wir haben erst mal vor allen Dingen Wir haben Selfie Wir haben Wiedereinstieg Wir haben die Härtat gefunden Wir haben Auffüllen gefunden Wir haben Pferdenleser Wir haben... Ich glaube, ich fehlt eigentlich nur noch Geist gerade Oder was gibt es noch zusammenflicken? Okay Wir haben so viele Perks schon gefunden Alter, weiter Feindliche Drohne Jetzt wird's critical, Digga Einmal eine Drohne Jetzt wird's geil, Brüde Ah 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 Alter, wir haben so viel Kohle verziehen, bitte, Junge Vielleicht können wir auch noch Freunde... Ja, mach ein Cluster drauf Guck mal, von mir noch ein Cluster, Bro Unter mir ist einer, der kommt unter uns, Leute Wie geht denn das? Der kann ja Muskel anzusenden sein Digga Was hast du gemacht, Bruder? So Der andere hat immer noch oben im Haus ab Der andere Dude von denen Na, und nachdem im Haus Will der da warten, oder wat? 45 Mille, Junge Papi, komm Rucksack willst du? Ich hab doch einen Rucksack, Benni, Digi Hä? Moin, Moritz Grüß Sie, mein Schokolade Ich hab doch einen Rucksack, Junge Beruhigen Sie sich ein bisschen Das ist genau das, was ich immer zu euch sage Ey Digga, wenn du das Spiel zockst, ja? Und du läufst so durchs Haus Ja, und dann kommt einer durchs Haus gejumpt und gibt dir so'n Jumpschritt Digga, du kommst nicht mehr fit, weil du einfach so'n leichtes Ziel bist für alle Nehmt euch doch einfach ein bisschen mehr die Beine in der Hand und moved ein bisschen mehr Dann klappt doch mit der Frau zu Hause besser, ey Da kommt der nächste von unten wieder Von unten wieder, okay? Unten an das Brown To the Bunker Ja, Aufklärungsbund ist alles okay Könnt ihr alles machen, ihr wollt Digga, alles gut, Bruder Alles gut, Bruder Der wird da auch im Bunker rein Mit der goldenen Karte Du bist das Wasser, mein Guter Ja, hast du an den vierten genommen Das ist doch nicht so schlimm, Benni Ich bin mit dem Rucksack raus hier Brudi, beruhig dich doch mal Einfach mal schreiben Teacher, hast du keinen Rucksack vergessen? Aber Rucksack willst du nicht? Wenn die beruhigt dich mal Natürlich fällt zum Rucksack, Bruder Benni, Junge Gib mal ein bisschen lieber raus, Großer Was ist denn los mit dir? Guck doch, wie stand mein Schnuckelhaar aus, Benni? Hm? Rucksack ist uninteressant, Brudi Wichtiges Geerdet, Großer Ist abgehärtet bis in dem Spiel Verstehst du das? Jetzt haben wir hier 47 Mille, Alter Würde ich sagen, noch mal eine Drohne kaufen Eigentlich kann man so drei Drohnen kaufen, ne? Wir haben so viel Kohle, wie wir haben, Alter Da ist auch drauf, Junge, was soll der Geiz Powerplant einer Hm, naja Machen wir erstmal Powerplant rüber Da zu den Konsorten Ich bin aufs Mieschen, mein guter Uwe Grüße dich Kuss auf die neue Stegi Jetzt geht's los Wo pimmelt denn der Wicht rum, Alter, Digga? Wieder zum Ballon oder was? Hä? Über mir ist jetzt einer Über mir jetzt der Dude Wo ist der andere hin plötzlich, Digga? Jetzt nimmt nicht das Auto da oben, Digga Da fliegt sich richtig aus Hier Ein bisschen Baiten den Du, Digga Der haut einfach ab Der haut einfach ab, Digga Komm noch zu mir gefahren, du Limmel-Lutscher, Alter Ich ging da ruhig reinkotzen und würde ja auch alle ab, Bro Der fährt jetzt zum Einkaufswagen hin, oder was? Der ist ausgestiegen Ich glaube natürlich, eine Ghost-Kiste hätte man noch kaufen können Aber voll vergessen, Leute Da hätten wir das Ach, wir müssen eine Ghost-Kiste kaufen Das ist nicht meine Einkaufswagen, die er gehalten hat, Bro Wo? O, Witchmen O, no, 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 no Ne, scheiße, großer Ist doch alles scheiße, schon wieder hier Min, grüß die meine Kleine Sebastian, guten Morgen Biko, grüße, guten Morgen Biko, grüße, guten Morgen Guten Tag, kann man schon sagen Sorry, Leute, rastet nicht aus Wenn ich mit dem Moin sage, Leute Ich lebe in ein ganz anderes Leben Ich stehe auf gerade Ebene Nicht Spaß Aber ihr wisst ja Bis wann sagt man Guten Morgen Ab wann sagt man Guten Mittag heute ein dach zum elbe oder weiter und zähle ich weiß doch nicht genau ich weiß doch nicht in normaler ist wir fliegen jetzt erstmal noch mal hierhin und der kopf gelder danach kaufe oder meine zweite kiste mit ghost wir finden erst hier unten hin und kaufen sie diese mit ghost und den kopf gelten eine drohne raushauen und ich nicht glaub dass hier einer ist aber man wird immer eines besseren gelernt tatsächlich ist hier dahinter mit der dude wieder von oben am seil ist auch einer die kippel wie ich nicht haben da geht mir schon der waffe hier wo sind sie alle hinterm ballon ist einer diesem haus also und dann die Wo ist denn der Dude hin, Alter? Oh, Digga, was? Der war da unten schon? Hab ich mich erschrocken, Alter? Ich mich erschrocken. Digga, wo hat er denn gesessen? Ihr habt überhaupt nicht gesehen, Bro. Und wo schmeißt du mich denn wieder raus? Es gibt ja nicht so. Ja, der Lacki-Soffmann hat ja Fick-Schweine. Aber kommt, Leute. Morgen, grüß dich, mein Lieber. Abend, immer noch so Lacki-Soffmann, oder was? Es ist nicht guten Abend. Irgendwann, mein Lieber, grüß dich. Da fliege ich da hin, Digga. Da fliege ich hin, den mach ich kalt, den mach ich kalt, den du, den mach ich kalt. Machiat! So. Du Vollskopf, Digga, wo bist du? Wo kämpfst du jetzt jetzt nix ab? Der ist meine Waffen mitgenommen. Der hat diese Scheiß im G-G gehabt, der Bastard, Alter. Boah, pick mich gleich richtig weg, Junge. Ey, es rast ich gleich richtig aus. Ja, ich bin mit dem vergurten Drecks im G-G abgeschossen, die kämpft auch vollster, Digga. Ach, nee! Nein! Mensch, ey, was ist denn mit den Leuten los hier? Was heißt denn du da, Timi? In dem Moni? Hast du die Mona angesagt, oder was? Oh, warte kurz, Fabi. Ich kann Mona nicht mehr weglaufen. Nee. Für den erst. Ui, ui. 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 Dankeschön, da freut sich der Papa. Ui. Ui, ui. Timi, ui, ui. Mona? Nee, Mona, ich bin. Na, Timi, die sind schlafen. Timi, was ist denn da? Schlafen gehen heute? Ich bin da. Ey, ich krieg ne Macke. Das ist derselbe Wichser gewesen, wie ich vorhin gekillt hat. Was machst denn du hier? Mach mal nicht so seinen Kraft, was du willst, aber lernen doch, ja? Hm, hm. Was fährt? Ja. Was machst du denn? Weißt du, du tolle, feine Babyhaut? Jetzt siehst du fein. Aber... Ja, genau, jetzt weiß ich nicht. Timi, aber... Timi, aber... War er nämlich auch schon... Gut, ja, du. Dankeschön, Timi. Dankeschön. Ist das eine Marke. Du kennst du nämlich schon, ganz genau. Malzeit, Jens. Timi, geht jetzt nach. Top-Streamer, wie immer. Oder Top-Stream, wie immer wieder. Ey, vielen Dank für den Kompliment. Wo guck ich denn hin? Timi, warte. Timi, warte. Papa, komm gleich. Papa, muss ich fertig machen? Timi, warte, 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 Timi. Oh, er hat gekämpft. Ja, er hat gekämpft, Timi. Kommst du hier? Kommst du hier? Kommst du hier? Ja, ist du, Papa. Oh, ja. Mama. Was? Was hast du da? Oh, Gabi? Du bist da. Maus? Warte, 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 warte. Oh, so. Eine Maus, ja? Sag mal Maus. Maus. Ma? Das ist eine Maus. Und das ist hier wer? Die Moni? Hm. Na komm, ich schlafen. Da. Ja, Mona anschneiden. Halte fest. Alles gut. Halte fest, die Mona. Ich schau, wie oft die es richtig geht. Das ist doch nicht das Ding. Ach, Mann, Leute. Ah, Mann, jetzt muss er noch mal besser laufen. Wo ist denn meine Maus hin, Alter? Ach, schön. Winko, winko, Timi. Ja, binko, winko. Hat das halt schön. Rutschen und Fahrradfahren. Ja, Timi, ich kaufe mal eine Rutsche nachher. Dann haben wir noch ein Fahrrad bestellt. Ein Laufrad bei Amazon. Das kommt heute auch noch ran. Da bin ich mal gespannt. Das sehe ich auf einmal ein Video. In der Familiengruppe heute. Gibt es dann nochmal einen kleinen Livestream. Bei Betttischer Private in Facebook. Werde ich das machen. Ja, Timi, wo wollt man live hin, wenn du auf deinem Laufrad sitzt, du kleines Wieselmaus, du? Hm. Ja, was denn? Hallo, Timi. Schreiber Christian, hallo, Timi. Papa, Papi. Fahre ich nachher mit Oma. Dann holen wir ihn. Ja. Guck mal, wenn das Fahrrad kommt, wenn ich noch was geschrieben habe. Und das kannst du dann in der Zeit aufbauen. Ja, ich muss auch noch streamen, ein bisschen, hörte ich heute. Ja, deswegen. Wolltest du ja eh da noch was machen. Wie, was soll ich machen? Ja, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Ja, und dann muss ich auch noch dieses Ding mal flicken von Timi da. Deswegen habe ich schon gesagt, ich soll eher kommen. Als 14 Uhr da wird. Ja. Was heute zugestellt steht hier, ähm, boah, da steht auch nicht wann. Da steht noch Ankunft heute. Na ja, die kriegen wir jetzt jedenfalls an. Das ist auch an jetzt. Ankunft bis 22 Uhr, na ja. Hm. Ja, ja. Bis er nicht runterfällt. Wo war das denn? Eine Stube oder wo der Kinderwagen? Eine Stube unten. So Leute, natürlich scheiße, wie man Gula verloren hat, geht auf die Quote über. So, ein Timi, der Sonnenschein, das ist mir betritt, ist alles wieder ruhig, ist alles wieder schick, dude. So, okay, 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 brauche ich dir. Hallo, hallo. Und da, skippen wir mal ein bisschen, okay, okay. Das wurde echt immer lange, die Suche. Basti, grüß dich. Und ein Fleck auf der Brille, der stirbt mich grad. Da war ich mein Brillenputztuch. Ich hab noch sowas verwenden, wenn ich mir nicht dachte, da ist jetzt hier hin. Und auch dazu. Na komm mal hier, die Brille putzen, mein Lieber. Ich werde privat machen, ich werde mich privat machen, Brillenputzen, Leute. Und da, das meint ihr da, ist schon der Brillenputzer, aber das Ding ist echt, macht die Brille echt oder gut sauber, muss ich ja n'n Buch, das ist nicht für schlechten Eltern. Da oben sehe ich eh nix, sack. So. Glas klar, wieder die glasklare Sicht. Carly, grüße. So, jetzt wollen wir noch mal zocken. Wir machen noch mal unser Brombo-Kombo. Ja, ein bisschen vor allem, kommen wir mal rein, kommen wir heute in Ruhe. Jo, niga, was war das denn für ein scheiß Fail-Aim-Guard, bro? Wir ruhigen dir mal ein bisschen. Leckt aber auch, ich hab ja kompletten Paketverlust, Alter, kann ich direkt nur rausgehen, 20% nur durch der Mache. Das ist halt das Kack-Ding an dem Game. Du wartest 10 Minuten auf dem Spiel, dann kommt wieder Paketverlust, Mann, der Paketverlust, der bleibt oder was? Was denn das jetzt für ein Digest? Paketverlust, hallo? Das ist das jetzt für ein Quatsch. Hallo, hallo, mein Schatz, ich lebe nicht, du hast die Geizen, so für mich und dann sind mir scheckige. Dann haben wir die Kuba, die Kuba ist auch nicht schlecht, natürlich auf der Range, natürlich ein bisschen bescheiden, aber mit Range ist sie richtig, richtig stark die Waffe. Und die Sten-Verein, ich spiele auch gerade momentan gerne. Und nur Solo, Solo-Duo vielleicht. Solo-Duo, Mark, Donald Jackson, grüßt ihr, Brüdi, hallo, hallo. Hallo, hallo, dude. Hallo, hallo. Ansonsten, sonst haben wir ein KGM. Mit Handstopper spielen wir die jetzt ein bisschen wegen der ZV. Die Halt haben wir da jetzt ja drinnen. Wir haben aber eifrig drinnen. Verwinden ist wichtig. Die AX-50 könnten wir irgendwann mal nochmal probieren. Rudi muss los. Rudi muss los. Der beste Sniper-Support, die Owners glaube ich eher nicht. Da würde ich sogar als Sniper-Support auch wieder die Marko-5 zum Marko-5 tendieren. Wo war denn gerade die Marko hier? Da können wir die aber auch mit absoluten Scheidern verzocken. Ne, jetzt zocken wir die mit dem Lauf. Äußerst präzise. Zocken wir die mit dem Handstopper als Sniper-Support. Verlängert mit rein. Ich glaube ich echt richtig krank gut so als Sniper-Support, wenn wir die so zocken. So. Können wir nochmal daddeln. Aber hier auf jeden Fall Semtex rein. Von das jetzt alle. Semtex rein. So sieht das gut aus, der Zorich, Digga. So sieht es gut aus. Malzeit, Michael. Gut, dass die nicht für HDR arbeiten. Naja, besser ist es, Digga. Was ist gegen HDR? DHL oder bei dem HDR, Digga? HDL, HDDL, Dude. Erlauben. Was ist das jetzt hier für ein Spiel? Ich bin bockig drauf, Dude. Ich muss jetzt mal ein bisschen was finden hier. Was ist denn das bei 980 Millisekunden-Ping bin ich schon? Läuft denn hier nicht richtig gerade? 23 ms-Ping, das ist ja wohl mindestens die, was wir hier suchen können. Paketverlust. Ach so meinst du, das heißt für ein Paketverlust. Ja gut, dann muss ich dir recht geben. Das sind eigentlich mal wieder verloren, Young. Allein dann gar noch, was ich hier geschickt habe. Die Brille kam ja nach 3, 4 Wochen endlich mal wieder zurück. Muss ich mal zur Post von heute und fragen, was das Problem ist, Alter. Was das Problem ist, Dude. So, Freunde, die Nacht dauert halt länger. Du wirst jetzt auch für alles eine Antwort, oder? Du wirst jetzt auch für alles eine Antwort, du Eierhals, Junge. Ist die so richtig, Alter? Okay, da morgens. Ich will nur eine durchklappen, Junge. Wie es bräuchte das Wetter heute, Leute? Bei uns ist echt grau. Angenehm, kühl, muss ich sagen. Aber dafür kommt es ja Montag, Dienstag, 40 Grad, Alter. Das hört sich mal richtig heavy, Junge. Bad, bett, Junge, richtig, Köln, Dude. Gut, gut. Dann kommt es ja nicht klar. Also ich habe eine andere Tablette auch vergessen. Aber ich sehe doch hier auch nichts geliehen. Ich bin doch nur ein Mensch. Der Mensch ist ein Mensch. Lappmann ist mein Lappmann drängt und es ist die Sommerzeit. Und ich bin jetzt hier kein Spiel mehr oder was. Egal, es ist einfach Broke, Junge. Michael, ihr Mahlzeit, grüß dich, mein Guter. Was jetzt mit dem Game jetzt los ist, kann ich euch nicht sagen, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen. Dauert einfach zu lange, ja, nicht. Kann man jetzt halt noch für eine Klasse erstellen. Für eine Kloppy-Klasse. Die Bar könnten wir noch mal mit reinnehmen. Was ist jetzt los hier? Naja, ich weiß auch nicht was. Aber wenn wir jetzt eh... Wenn wir jetzt zocken, wir zocken, wir haben eine Runde Sturmgewehr und MP. Oder wenn wir direkt AX-50 und MP zocken, was meinten ihr? Sniper oder Sturmgewehr? Wir wissen, wir haben ja absolut noch nicht eingespielt. Und überhaupt nicht warm. Sturmgewehr zwar auch nicht unbedingt, aber... Wir machen das Beste draus. Yo, yo, yo. Beruhiget euch ein wenig. Humorvoll nennt man das. Du bist humorvoll, na klar bist du humorvoll. Bist mein Humor, Brudi. Muss ich da so viel über den Kopf ziehen, oder was, Alter, bei der AX-50? Digga, wahr? Du sollst mal stehen bleiben. Ich muss die Waffe mal kennenlernen. Ich weiß ja nicht, weil ich auf den Kopf ziehen muss, Junge. Die P-Drop ist irgendwie komisch. Ist hier nicht irgendwo einer aufs K? Ja, ich bin jetzt drüber. Genau auf den Kopf ziehe bei der Waffe. Aha. Das war jetzt wie viel? 170 Meter ganz genau. Brauche ich gar nicht über den Kopf ziehen, oder was? Ne, brauche ich nicht. Ne, brauche ich nicht, okay. Das habe ich nämlich nicht gewusst, Freunde. Weil ich kein AX-50-Spieler bin. Das ist schön. 17, 20, 160 Grad, Brudi. Dann hätte ich so sweet der Kleine. Hey, grüße dich, Sarah. Warum ich die XM4 nicht spiele, weil die XM4 von der Time to Kill nicht vorne ist. Also, es gibt halt wesentlich Waffen, die sind wesentlich besser. Oder zumindest besser. Und bei Minion Lobby sind halt alles nur Schwitzer und wesentlich was für hohe, kranke KDs. Und da wird alles immer nur das selbe gespielt. Immer nur die Meter-Waffen. Und Meter-Sturmgewehr ist einfach gerade NZ und KGM und Meter-MPs, Blixen und NM4-5. Und wenn du noch irgendwas anderes spielst, und ich spiele viele andere Waffen, das wisst ihr, weil ich viel ausprobieren und Bock drauf habe, du hast aber keine Chance, wenn da ein Schützer wiederkommt. Und das ist bei uns nicht selten. Der eine Marco-5 hat oder eine Blixen, meist sogar Blixen und NZ. Und dann fickt der uns weg, wenn wir andere Waffen spielen. Das ist halt der Lazu geworden, dass man nicht einfach mal so sagen, ich kann doch Spaß, ich drücke jetzt mal die Waffe oder ich teste mal ein Schild. Ist nicht mehr so. Weil die Leute einfach so hart reinschwitzen, Mann. Äh, Gussi hat bloß die Schnauze, Alter. Sie meint doch bestimmt den Kleinen bei uns zu Mongo und nicht meinen Zwergenkörper. Wo will er hin, Herr Gute, hier? Wo will er hin? Egal, Alter. Digga, wie schlecht bist du, Bro? Wie schlecht ist der, Digga? Boah, muss der abgezickt sein eigentlich normalerweise? Ich wäre so abgezickt, Bro. Digga, wenn ich abgezickt. Kann das einer mal klippen von euch, bitte? Digga, ich wäre so abgezickt. Glaub mir das, Leute. Ich wäre so richtig abgetickt, Freunde der Nacht, Junge. Scheiße, war der schlecht, Digga. Ich sage das nicht oft, dass einer schlecht ist. Ich bin nicht der Letzte, der sowas sagt, aber... Der war gerade schon ziemlich schlecht. Feindliche Drohne ist aktiv. Oh, jetzt werde ich in Zwergen. Hörst du das, Junge? Hörst du das, Junge? Weil ich war viel mehr nett. Was ist denn, Gussi? Du hast doch gegen meinen Sohn. Hä? Hast du meinen Sohn, oder was? Ich glaube, Sarah meint meinen Sohn, Mann, Gussi. Verstehst du das? Und nicht mich, du Mongo. Also lass es dir jetzt mal bitte zu provozieren. Ansonsten kommt Sarah mit dem Knüppel. Mit dem Knüppel in der Hand. Oh, Radarschlörer. Der Kist ist hier offen. Das leckt bei mir schon wieder. Warum leckt es denn? Warum leckt es, Leute? Warum leckt es schon wieder? Ich muss mich doch richtig lecken lassen. Ich muss mich doch richtig lecken lassen, muss ich nicht wusste, Junge. Jetzt ist es jetzt schon wieder los. Ey, das Game ist doch broke, Leute. Das Game ist einfach kaputt, Mann. Das macht keinen Bock mehr zu spielen, Alter. Jetzt haben wir schon wieder so einen scheiß Standbild, Mann, gerade. Den scheiß Server wieder abkacken, ey. Geil, Leute. Richtig geil. Macht so Laune, das Spiel. Wie lange wollen wir die Kacke eigentlich noch zocken, Leute? Wie lange wollen wir die Kacke eigentlich noch zocken? Moin, Diorel. Grüß dich. Geil. Macht so eine richtige Laune. Mega. Kotzig gerade wieder richtig rein. Lass dir ein Spiel ja gefunden. Die Runde läuft gar nicht so schlecht. Holst du den ersten weg. Lass eine Bunkerkarte. Was passiert wieder? Das Game bleibt hängen. Das Game bleibt hängen, Leute. Hängen geblieben. Ich muss immer ein lustiges Bild zeigen. Oder habe ich noch was Lustiges von Timmy? Dann gebe ich mal Zeichen, Manners. Auch mit der noch Augenbrauen, äh, Augenwimmer wie ein Mädchen, Timmy. Seitdem ich noch mal für Fotos gemacht, Timmy nimmt meine Hände immer. Und nachts Selfies sehr dicke. Was ist immer denn so aus Spaß nochmal zusammenbauen? Da habe ich noch mal Lust drauf, hat er eigentlich. Ähm, das war tatsächlich die... Wo können wir die mit reinnehmen, Alter? Ja, Cooper und Wulfox spielen wir auf jeden Fall auch noch mal. Hier machen wir die Augen mit rein. Kommt der ins Unten oder was? Wo ist die Augen jetzt hier abgeblieben? Auk, 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 auk. So, die Augen machen wir uns nochmal fertig. Monolith. Lauf weg. Unterlauf weg. Taktische Laser rein. BI-Minibroof-Punkte rein. Können wir eigentlich drinnen lassen, den Schaft. ZV hier nochmal. Aber wir brauchen ja dringend das... Ah, schwierig, schwierig. Wir können es auch versuchen mit Ironside zu spielen, die Waffe. So, haben wir extrem mehr ZV jetzt noch drin. Die Waffe macht schon echt Bock, Leute. Dafür machen wir ihn hier nochmal... Sturmgewehr-Bar mit rein. Bin ich fertig hier will mit der Bar. Buh, buh, buh. Ich hoffe, ich brauche noch fertig zu machen, jetzt oder nicht. wo ist eine scheiß gold davon 36 so ein paar senster befasst dann im raster mit rein haben wir jetzt auch wieder minus hier nicht versuch mal den jammerein langer laden kommt und schießt mich einmal an was für ein depp dg alter ich habe kein elm heute ich musste gerade so schmunzeln junge was denkt er sich der kommt zu mir gibt mir ein hit jetzt gucken wir noch mal auf der trau geht klar die stelle der menschen unterwegs ja auch auch ich will kein schwein mehr ist aber gut war genau dasselbe habe ich ja ein links drin so vergessen das bock zu ändern ist egal das lassen wir jetzt so man aus Spiel jetzt flüssig läuft und man nicht abstürzt, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, Freunde. Ich versuche mein Glück. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Abschwungzone, Freunde der Nacht. Let's go. Weiter, Verwalter. Leckt doch schon wieder so komisch, Digga. Ich hab das mitgekriegt. Die letzten Hits haben wieder nicht getroffen und die Hits kamen auch viel zu verspätet. Macht euch nicht über diesen, ey. Ja, ich hab das mitgekriegt. So, jetzt haben wir hoffentlich ohne scheiß Stirn live in das Game, Dude. Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angriff. So, jetzt gib mir mal ein bisschen Cash hier. Geben nix raus an Cash, Leute. Die wollen denn uns nix rausgeben, Dude. Haben wir wenigstens schon mal vier für das Haus, ich bleibe immer so verkehrt. Ich merke doch schon wieder irgendwas wird gleich wieder passieren. Irgendwas wird hier gleich wieder aus. Was ist die Kacke? KGM in Blue. Noch mal ein Selfie. Brauchen wir eigentlich nicht. Bunkerkarte ist wieder am Start. Dann geht's wieder in den Underground. Nils, oh, der kann noch einen Rucksack. Mit Kohle können wir doch hier erstmal einkaufen, Mann. Aber es läppelt schon wieder. Das ist aber kack. Kommt in die Kiste runter, Leute. Nochmal eine Bunkerkarte. Gasmaske, Rucksack, Selfie. Wir brauchen hier. Den zünden wir an, den Du, Digga. Drei Kisten fallen, sogar drei Stück. Rotenstellen nehmen wir uns mal an. Oh, ich brenne mit. Ich brenne. Oh, mir passt ja dicker. Hat einer noch einen Wallye geworfen oder nicht? Eigentlich habe ich ihn abgebrannt hier gerade. Ist er gar nicht, Leute. Ich bin noch komplett abgenuckelt hier. Trotzdem mal hinlegen und gucken, was hier los ist. Digga, was? Hurensohn, Digga. Richtiger Hurensohn bist du, Digga, Alter. Es kotzt mich an, das Game. Kotzt mich gerade so richtig an, Leute. Ich will richtig abhicken gerade, dieses Foto-Fatzen-Spiel, ey. Meine Fresse. Nee, Alter, Junge. Ich habe hier eine Muni mehr im Magazin gehabt. Könnte ich mal richtig durchdrehen gerade. Nee. Nee, Alter. Heute läuft es schon wieder richtig geil, Mann. Richtig, richtig geil. Und meine Antidepressiva klappe ich gleich richtig weg, ey. Junge, 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 Junge. Da sollst du noch ruhig bleiben, oder was, Leute? Da sollst du noch ruhig bleiben, Mann. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Wie geil hätte ich dir jetzt kein Headshot gegeben, wäre ich wieder tot gewesen. Wie krank ist das denn? Jetzt kommen wir wieder ganz woanders wahrscheinlich raus. Äh, leck mich doch komplett weg heute. Oh, in die Kiste, irgendwo hier außen. Dann mit dem Chat los. Also ruhig, der Chat. Was denn los, Spice-Dude, Smash? Wird ich schon im Wochenenden-Modus, oder wat? Oder ist der Chat bei mir wieder hängen geblieben? Wird ich hängen geblieben, oder wat? Ist ja passiert. Was ist denn los? Deine Shortcards. Hallo, hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die geilste Sau für mich. Digga, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Das ist doch nicht normal, Freunde der Nacht. Das ist doch nicht normal. Hä, Leute, ich sehe eure Kommentare gerade gar nicht mehr. Ich sehe am Handy ganz andere Kommentare. Das ist ja auch sexy. Digga, sorry, dass ich euch nicht geantwortet habe, oder eure Kommentare nicht reagiert habe. Ich sehe eure Kommentare gar nicht. Sorry, erstmal. Damon, grüß dich. Timo, haha. Albert, Mahlzeit. Riccardo, alle am Schlaf. Ich habe eure Kommentare gar nicht gesehen, Leute. Tut mir leid. Ist das da unten der Lappen noch, oder wat? Läuft der da unten? Hier habe ich keine gute Waffe, oder? Was habe ich denn jetzt in der Waffe? Boah, ich will ihn auf jeden Fall holen, irgendwie. Wo bin ich denn gestorben? Das war doch hier irgendwo, oder nicht? Ach, die Kiste nicht hier? Da bin ich komplett fehl am Platz grad. Oder war das noch weiter woanders? Digga, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich komplett falsch? Ach, die lag hier hinten irgendwo, oder? Das war doch hier, die Kiste. Albert, grüß dich. Ich will nicht, was mit Facebook noch los ist. Die Kommentare hängen sich wieder auf. Digga, ich... Momentan ist heute so ein Tag, Leute. Da geht es mir dann wieder komplett... Ticken, Alter. Einfach mal komplett... Wieder abticken. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jetzt wieder die nächsten Kommentare lese. Ich muss jetzt schon mein Handy wieder hinstellen und mit den Handy-Kommentaren lesen, wie früher am Anfang meines Streams. War doch hier hinten eigentlich noch nicht, wo bin ich gestorben. Noch eins weiter hinter, oder? Hier hinten lacht die Kiste. Und der hat mir die ganzen Sachen mitgenommen, oder wat? Boah, er leckt mich doch am Arsch. Und dann können wir doch von vorne looten, wie so ein Idiot. Wie ein Idiot-Marner. Digga, heute ist echt so ein Tag. Nochmal voll auf die Fresse, grünen, dann rastet's richtig hier. Alter, dann rastet's hier richtig, Freunde, in der Nacht. Dann gefolgt die Waffen noch am Starten, ey. Ich hab mal wieder meine Waffen geklaut. Er hat seine eigene Kiste da gehabt, man nimmt die denn nicht, Alter. Ich versteh's doch nicht. Und dann die Leute versteh'n, du wirst du, wie ich mein. Aber wir haben das Restaurant. Was war das denn gerade, halt, halt, einfach die Maus bummsen da oben, dude. Ich hab's doch nicht mehr klau, oder was, du, sind ich. Digga. Oh, jetzt kommt der zu mir, da will mich jagen, da will mich einer wieder jagen, bro. Oh, Digga, Alter, von überall schon wieder. Das ist doch die Lucky-Soffen, du Ekel hier. Das müssen wir jetzt hier machen. Guck der andere jetzt auch noch hoch. Ich kann was... Ich kann was... Ich kann was... Ich kann was... Weck dir so, Junge. Weck dir so, Junge, du Knecht. Weck dir so, Junge, du Knecht. Na ja, der spielt die mit dem Magazin. Den scheiß Bomben hat der auch noch. Oder noch einer irgendwo. In der Nebula 5 wollen wir jetzt, kann man das mal so machen, Digga. Und meine goldene Gasmaske finden, das Ding zum Aufstellen. Dann können wir uns im Gas verstecken. Die Nebula-Bomben am Ende der Zone zünden. Und dann können wir mit der goldenen Gasmaske in den Gasding der Muni-Kiste und den Spritzen länger überleben. Aber ich sehe es nur in euren Kommentaren. Was ist mit Facebook los, Digga? Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal ist es ein bisschen komisch, Alter. Manchmal ist Facebook wieder ein bisschen komisch. Können wir eine eigene Kiste. Können wir noch mal kaufen. Kommt ein scheiß Jeep wieder runtergeballert. Hält wieder am Berg oben, die VCR. Da leckt mich doch am Arsch. Jaja, kämmt da ruhig von oben ab. Mach weiter für richtig, hältst du Otto. Verpisse dich doch. Jaaaa. Deine Eltern haben dich lieb. Lieb, lieb, lieb. Deine Eltern haben dich lieb. Okay, Großer. Jetzt bin ich nicht zum Bunker runter. Kann ja mitkommen, wenn da wäre der Gute. Nehmen wir ihn einfach mit heute mal. Machen wir heute mal so eine kleine Bunkertour. Versuche die Bombe aufzunehmen bis zum Late Game in der Zone. Versuche mal ein bisschen Geld zu sparen. Spritzen ohne Ende. Muni-Kisten kaufen am Shop. Und dann holen wir das Ding raus ohne Ende. Versuchen wir mal nur zu gewinnen. Guck mal, hier haben wir so ein Ding zum Aufstellen schon. Aber wir nehmen das Ding zum Aufstellen immer gleich mit. Ich habe Angst, dass der Dude mit Totenstelle kommt von hinten. Haben wir irgendwas anderes, was wir noch hinschmeißen können? Irgendwie so ein... S-Mine mäßig haben wir nichts. Nee. Hm. Machen wir mal so ein bisschen... Versuchen wir mal so richtig geilen Gaskill zu machen. Also quasi nur mit dem Gas. Oh, dass wir den letzten abschießen. Aber wir müssen erst mal bis zum Late Game. Komm. Wir müssen erst mal bis zum Late Game. Komm, Dudes. Oh, Drohne? Aufklärung ist unterwegs. Na, da kommt schon. Er will schon kommen. Der Gute. Der hat schon wieder Lust. Kohle sind da rausgekommen, Alter. Noch in der Terrone. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Man sieht den verhurten Fotzen-Skin einfach nicht, Digga, Alter. Könnte ich nur abreden gerade, Alter. Man sieht ihn einfach nicht, Mann. Man sieht diesen Skin einfach nicht. Muss ich wieder hinfliegen, Alter. Da hilft alles nichts. Warum soll ich das jetzt machen? Erst mal einkaufen, lieber. Wir müssen da wieder hinfliegen, Leute. Wenn man war... Haben wir auch einen Shop da überhaupt. Ihr habt irgendwo, hier ist der Shop. Wir müssen den vom Bunker abfangen, denn du. Das hilft alles nichts, Leute. Wir müssen den abfangen vom Bunker. Das meine ich aber, das ist alles nur so eine Geeks. Und du bist auch schon mal so ein Freak, der unten langläuft, Digga. Alles nur so ein Profispieler hier. Dann komm ich mit meinem Gameplay. Leck mich da einfach. Der hat im Bunker eine ganze Kohle jetzt wegsnacken. Könnte ich noch richtig abficken. Genau. Ja, ja. Ja. Dankeschön. Ja, wir 34 oder was? Alles klar. Mhm. Macht richtig Gaudi heute. Macht heute schon wieder richtig eine Gaudi, du. Was ist das denn heute für... Der 3 killt der Dude. Ziel markiert. Ich weiß nicht, Alter. Wenn ich schon mal richtig durchdrehen, Leute. Heute ist schon mal richtig ein Durchdrehtag mal anders. Wenn ich das Ding spiele mit dem 3 Schuss, das verzieht die Hölle. Da kannst du von mid-range vielleicht gut ballern. Aber wenn ich das Ding auf close oder auf long range meine spiele, da treffe ich keinen einzigen Schuss mit. Das Ding zieht von nach oben. Hm. Wer holt ihr neues Glück? Wer holt ihr neues Glück? Dudes. Ich suche mir erstmal einen Kaffee aus dem Kühlschrank. Gucken, ob der diesmal schmeckt. Mathe Machiato, Dude. Oh, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Wie würde ich mich denn hier sonst sehen? Hier ist einfach kein Platz. So. 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 Moin Tobias, grüß dich. Nee, ich sehe keine Kommentare, Zachel. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt aktualisiert habe, gerade sehe ich deinen Kommentar, dass du geschrieben hast, das schreibt nur keiner. Das habe ich aber gerade mal nicht gesehen. Moin Tobi, grüß dich. Ich sehe auch keine Komponente, muss immer neu starten. Das meine ich ja, Daniel. Guten Morgen, Martin, grüß dich. Das ist das für ein Koffer, da kannst du eine Bombe platzieren, die Nebula-Bombe. Matze, grüße, dumm Tilo, moin moin. Die ganzen Kommentare habe ich nicht gelesen. Die ganzen Kommentare habe ich nicht gelesen, Leute. David Mahlzeit, René. Kimi geht es besser, danke der Nachfrage. Grüß dich, Nienchen, meine Kleine. Wie geht es denn? Mahlzeit, Michael. Die ganzen Kommentare lesen, ich muss jedes Mal neu aktualisieren. Facebook ist echt momentan, der weiß ich nicht, Alter. Muss ich natürlich ruhig bleiben, Alter. Roland, grüß dich. Ich sehe auch keine Kommentare. Ja, wissen wir, was mit Facebook los ist, Leute. Keine Ahnung, man. Ich kotze mich übel an, jedes Mal zu aktualisieren. Dann können Sie erst mal Antworten und gerade Kommentare, und das ist mir das Wichtigste. Was wir an, Moinsel. Überprüft eure Ausrüstung und Waffen. Wir brechen bald aus. Wenn wir mal kurz mal aufklatschen lassen, hier, damit immer wenigstens unsere anderen Waffen noch mal kriegen. So, mit dem die anderen Waffen. Tja, wir raus in die Wunder von Jensen, weil zumindest der Großteil der Streamer oder YouTuber, auf VPN-Lobbys zockt, Alter. Momentan echt ist es so schwierig geworden, so viele kranke Spieler. schon gut, die auch, Digga. Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. So, muss ich jetzt wieder die Kommentare aktualisieren, oder was? Guck mal, wir aktualisieren, ob da andere Kommentare dazugekommen sind. Yo, Ivo erzählt, ey, Digga, also Leute, noch mal von allen, noch mal für alle gerade. Ich sehe keine Kommentare mehr gerade. Ich sehe jetzt gerade, es aktualisiert auch wieder, dass Ivo 100 Sterne gespendet hat. Einen dicken Schmerz da für Ivo, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank. Die Neustadt kommt Werbung. Ich muss auch jedes Mal Neustadt um Contora zu sehen. Grüß dich erst miteinander. Meine Therapie ist gestern gut überstanden. Das freut mich zu hören, Sarah, das ist... Wie geht's da jetzt, meine Kleine? Es hängt immer, äh... Ja, das hängt immer Reset. Janinchengrüße, Metabuggy. Hallo, das tut mir natürlich leid gerade für euch. Und fuck mich aber, übe es doch gerade auch selber ab. Was ist das für ein Ding? Was soll ich da jetzt anders machen, Digga? Da haben wir es eingestellt, so wie es sein soll. Ich weiß nicht, was mit Facebook los ist. Ob ich jetzt jedes Markt durchsinnere Kommentare lesen kann, oder was? Jo, geht nicht anders. Roland, das ist bei vielen manchmal so, Roland. Ich fliege auch auf das beim Game raus. Aber dieses Feits Game ist das. Wolfgang, mein guter Ding, ein Schmerzerläuf. Ich kann eure Kommentare nur sehen, wenn ich aktualisiere. Ich muss jedes Mal, wie jetzt gerade, aus dem Spiel raustappen. Auf Aktualisierung klicken und wieder reintappen. Grüß dich, Kati. Ne, das ist bei allen, Markus, Digga, bei allen gerade. Habt ihr schon mal geguckt, was bei anderen Streamern auch so ist? Ob das nur bei mir der Fall wieder ist? Digga, absolute Abfahrt gerade. Ich kann mir keine erzählen, bloß weil mein Partner ist, dass man noch gut zureden muss. Ah, ja, na ja. So eine Kleinigkeit, das kann ja mal sein. Nein, da gibt es immer nur Rotze bei denen. Nur Rotze, Digga. Nur Rotze, da gibt es nur... Da gibt es hier immer irgendwas, was jedes Mal ist bei denen, Alter. Das gibt es nicht, irgendwas ist immer auch ein Problem. Einfach mal, dass es mal klappt, dass es funktioniert, wie es funktionieren soll. Gibt es hier nicht. Und wenn du mal einen kleinen Fehler machst, als Partner, dann hätten wir es gleich wieder ausgemüssen oder vielleicht wieder so eine Monetarisierungsrichtlinienverstöße oder, oder, oder. Mann, 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 Digga. Mann, Rotze, da, oder vierte Runde, keine Ahnung, wenn überhaupt dritte, glaube ich. Das muss ich wieder aktualisieren, nämlich eure Kommentare wieder sehe. So, moin, denn Daniel, ja, ist immer Freeze im Chat. Welcher andere Streamer? Schaue nur täglich bei dir. Dankeschön, Jens, sehr, sehr lieb von dir. Aber ich meine auch einfach so, dass wir mal gucken können, ob das bei anderen auch so ist. Damit ich vielleicht weiß, okay, es liegt halt... Spezialisten-Bonus, ich kriege einen Ständer, Alter. Das kriegt einen Ständer. Ey, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir auf uns anstrengen, Leute. WC-Bundes muss jetzt bleiben. Der Shad freeze dir jedes Mal, Digga. Der Shad freeze dir das mal ein. Ich muss jedes Mal neu aktualisieren, ist das lästig, Alter. Servus, Jockel, Alejandro, Digga. Grüß dich, Juni, Jockel, ich bleibe mein Jockel an mal. Ich habe die C-58 im Lauter, glaube ich, nicht mehr drin, aber ich fühle dich auch gar nicht. Agency-Scheidämpfer oder Monolith, oder sowas da drauf heißt, oder sonst was. Sonderkommando-Lauf, Weltagenten-Vordergriff, Kommando-Vordergriff bei der C-58, dreimal Axial-Scope und 45er-Magazin. Wenn ich jetzt abgeknallt werde, ich flippe aus, Digga. Ich fühle mich so richtig aus jetzt, Elena. So, hier der Kommentar gleich wieder aktualisieren. Ich verstehe nicht, an was das legt. Ich kann es euch nicht sagen. Oh no, Alter. Wenn ich jetzt meinen Spezibonus verloren, ich wäre abgetickt, Leute. Ich wäre so abgetickt, aber wortwörtlicher Moody's. So eine Uhrensohne, Digga, Alter. Was ich jetzt so sagen muss. Wenn ich die Kalsprache, ich will es aber. Würdest du es machen? Kommt noch ein Gegner. Sauber, alles mal Zeit. Chris, grüß dich. Richtig nervig, Digga. Moin, Patrick. Aber ich kann nichts dafür, Leute. Ich kann nichts dafür. Wenn es nach mir geht, Leute. Wo ist denn das Kopfgeldzielziel? Gehen wir da hin. Gehen wir zum Kopfgeldziel. Wir haben zwar extra die Bunkerkarte. Hat man schon extra so eine Bombe gefunden, Digga. Hat man was ausprobieren können? Nein, die ist auch aufs Maul. Ja, ihr müsst da einfach so ein bisschen in den Stream gucken. Dann müssen wir uns ja nicht so viel miteinander unterhalten. Das tut mir natürlich auch leid für euch, weil ihr wisst, ich lege da viel mehr Augenmerk drauf auf den Chat und auf die Unterhaltung zwischen uns und untereinander, anstatt auf dieses Game hier. Aber hier muss ich jedes Mal jetzt rauskappen, wieder auf Aktualisieren klicken, zack. Ich meine jetzt, dass wir Kommentare da sind. Moin, Fabian, mein guter Grüß dich. Ich hatte gerade ein Update im App Store. Vielleicht hilft das euch. Ja, musst du wissen, ist das jetzt für dir besser, Digga? Die Wo ist jetzt für dir besser? Durch das Abbild danach. Boah, wir sind jetzt drei Leute vorne und sind das für eine Massenparty. Jetzt ist bloß noch einer da. Jetzt ist bloß noch einer. Mein Kopfkirr hat überlebt, Digga, du bist so gut, Kopfkirr, du bist so gut. Digga, ich bin noch schon längst oben drin, du Dulli. Oh, ist noch einer da? Ist noch einer da? Das ist der Heavy, Alter. Ja, da sind wir alle. Moin, Freunde, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr da seid. Noch einer vielleicht irgendwoher hier. Und hier vorne wieder zwei, wo wir hier kommen. Das ist doch irgendwie, der Rubel, der rollt doch, der Rubel. Noch mal Aktualisieren hier, zack. So, ich glaube, alle Kommentare. Hier über mir wieder einer, oder was? Was ist das denn, euer Alter? Kannst du rauskippen, wie der Muschi, Digga? Ich bin Xita, Brody. Mit der Ruhe hab ich gar nicht getan. Aufklärung ist unterwegs. Drohne beginnt Überflug. Direkt hier oben, wir haben noch mal mitnehmen. Ich sehe, ja, kein Kommentar mehr. Seht, dein Kommentar als letztes Kommentar, Ivo. Das fackt mich übelst ab. Oh. Muss ich mal Facebook aktualisieren. Über den Rechner musst du ja nichts aktualisieren, eigentlich. Ist nicht zumindest wie, oder was? Ich brauche Aufklärung. Das Gas bereitet sich aus. Sicher ist, Zone wird verlinkt. Der Weg, der würde alle Kommentare. So mal aktualisieren, zack. So, hinter dir im Haus. Moin, Sebastian, Fabian, mein Lieber. Schnuckele, also vielen Dank für einen Support an den 200 Sternen, Fabi. Freue ich mich sehr drüber, Schnucke. Hab, vielen, vielen Dank. Jo, grüß dich, Mahlzeit. So, meine Drohne kaufen, wenn wir weiterfliegen. Was ist denn jetzt der markiert, Digga? Mann, 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 Mann. The game is broke. Facebook is broke. Flug, alles spinnt rum. Gibt er mir ja keinen Bock, ihn denn jetzt auch, mich hier noch zu holen, obwohl der hier so oben... Irgendwann holen, das ist nicht ganz so weit weg. Können wir noch einen Jeep hier fahren. Ach, der ist in dem Haus wieder drinne. Ah. Drohntreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Ausgang. So, gehen wir mal zum Seil. Neue Drohne raus. Ich brauche Aufklärung. Dann schweinen wir hier. Gucken wir mal hoch, Mann, Jutzer. Links ist noch einer. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Drohntreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Wir haben ja eine Bunkerkarte. Wir haben ja... Ist der noch... Und der ist hier? What the hell, Bro? Der hätte ich jetzt nicht gedacht. Die haben ja alle, was wir brauchen. Wo ist jetzt meine Sentex hin? Dann haben wir auf einmal so eine scheiß normale Granate nur noch. Ah, ich gebe schon mal Kommentare noch mal aktualisieren hier gerade. So. Den Gulag ging nochmal, Diggi. Schuck ich hin. Vielen Dank für einen zu Bob, Bro. Was geht heute noch so bei dir? Naja, keine Ahnung. Mal gucken, wie das Wetter ist. Ich will Timmy noch eine Rutsche kaufen. Dann habe ich Timmy noch so einen Laufrad bestellt. Damit Timmy wahrscheinlich ein bisschen Zeit verbringen. Vielleicht will ich endlich mal dazu kommen, euch meinen Fahrradblock zu machen. Ich will mein Fahrradvideo aufzunehmen. Ich habe mega Bock drauf. Mir ist seit 6, 7 Tagen kein Rad mehr gefahren, obwohl ich übrigens Bock drauf habe. Ja. Was heißt du denn? Ich weiß eins. Meine Mama ist ja da. Ja. Ich sitze. Ich sitze. Ich sitze. Das ist der Gulag. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Das mag der nicht. Nee, dann nehme ich die auch eins. Ist der die nicht? Fand da ganz ewig. Ach weiss. Das ist aber gut so. Für dich? Ja. Nur generell auch, dass er die nicht is. Das ist halt lieber Obst und Gemüse. Ja. Kämpfer dich raus, um zurückzukehren. Beintrauben. Beintrauben, ja. Dann gib mir jetzt ein Pferd, jetzt für normale. Erstmal gesättigt. Mach sie fertig. Junge, ich muss grad so locker winken, Mann. Was denn so mit Level 1 am Spawn campen, Alter, Mann, du fetter Drecksack. Die Kommentare hauen auch nicht hin in Facebook. Die sind direkt in diesem Verein hier gerade alles, Mann. Es passt gar nichts hier gerade, Digga. Man kotzt mich einfach nur noch an, Junge. Hier ist nichts hier. Hinauert ihr euch über den Scheiß-Breck an. Muss ich mir jetzt Facebook-Partner schimpfen, oder was, Junge? Sollen sie mich wieder rausnehmen? Ja, ist immer kacke, wenn man abgelenkt wird, Digga. Kommt die Frau rein, will was, sind da, weißt du? Kacke, Alter. Junge, einfach mal in Ruhe jetzt hier ein bisschen daddeln. Mann, Junge. Ich kann mich nicht konzentrieren. Der Wegsverband Dings hat mich gerade am meisten abgefuckt, Leute, der in der Höhle schon wieder gegammelt hat. Da bin ich gerade mal nicht abgetickt, Mann. Natürlich kann man als Supporter beim Mitspielen, Patrick, Diggi. Normalerweise jeden Morgen und jeden Mittwoch und Montag. Das ist mir ein bisschen viel, so, wa? Dankeschön. Heute ist aber Freitag, kurz ein Stammteam-Games. Ja, das ist eine Münze. Ja? Ich hätte dich da hingelegt, ja, deine. Ja. Wo, in dem Stuhl? Auf dem Stuhl. Ja, hast du denn da hingelegt? Die lag einfach auf mir die Labe eigentlich drauf. Ja? Ja. Die Ferne ist in Julia. Komisch, ja. Ja. Vielleicht, wenn da sieht, dass du die isst. Ja, wie sie denn? Ich glaube, ich nicht. Dann kommt er wieder an und dauert dir das Essen. Ja, wahrscheinlich denn, ja. Wie gestern. Das ist mein Baby. Das ist nicht dein. Ja, der Töne meiner Arme ist. Ah, ja. Begrüß an alle. Ach, heute nicht. Ich bin ja auch bei Facebook. Ich muss alle Kommentare nur aktualisieren. Die sind die Kommentare sehe ich nicht mehr. Oh, unglück. Ja, Facebook wieder mal. Von der Queen. Hm, na klar, drei meiner. Gabi, vielen Dank für die Interferne. Trotzdem, mein Lieber. Natürlich machen wir weiter, Markus Schnuckelhase. Geht aber trotzdem aktualisieren nicht besser mit den Kommentaren. Bei mir schon, Sonja. Ich drücke immer wieder auf dieses komische, auf diesen Kreis aktualisieren und dann sehe ich die nächsten Kommentare. Dann muss ich wieder aktualisieren drücken und dann nochmal aktualisieren. Ich muss jedes Mal neu aktualisieren, damit ich eure Kommentare neu sehen kann. Und das fackt mich gerade übel ab, Mann. Das nervt schon gerade übel ab, Dudes. Jetzt die komischen Würstchen, die Ebersweider Würstchen esse ich sehr, sehr gerne, Freunde. Nico, grüß dich. Ach so, das App-Update. Okay, sorry, wusste ich nicht. Trotzdem, ich habe echt richtig an, Leute, mit den Scheiß-Kommentaren. Das geht am meisten auf den Sack. Deswegen kann ich mich auch nicht konzentrieren. Und deswegen ist mein Gameplay auch wahrscheinlich ein bisschen beschissen, als sonst, weil ich immer wieder an Sachen denken muss, ich aktualisiere. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr über deinen Kommentaren. Warte mal, Ivo, dann mache ich mal ein Foto, Ivo. Vielen Dank für deine Sterne, mein Guter. Das zeige ich ihr nachher, da freut sie sich, Bro. Okay. Also, am Handy geht's bei mir, glaube ich, mit den Kommentaren, Leute. Am Handy geht's. Beim Handy geht's bei mir gerade, Leute. Bei mir sehe ich alle Kommentare jetzt am Handy. Da muss ich mal mit dem Tablet gucken. Wenn ich mit dem Tablet auch sehe, dann kann ich das Tablet erstmal laufen lassen. Das ist wesentlich größer als das Handy. Und dann kann ich das erstmal so hinstellen. Gerade das Passwort eingeben, aber wenn ich das auch nochmal haben, Digga. Wir können jetzt hier Facebook auf dem Tablet drauf, habe ich ja kein Facebook mehr drauf, oder was? Doch, hier. Waffen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz. Mein Gott, das dauert hier schon wieder. Zack, 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 zack. Äh, äh, äh. Wow, so. Mehr Anzeigen? Ne, wo sehe ich jetzt hier die Kommentare, Alter? Ich habe keine Kommentare, oder was? Wie ist denn das jetzt hier? Comments, aha. Oh, wie klein sind die Kommentare nur beim Tablet? Genau, wie klein wir im Handy hier fast. Klabümm, klabümm, aha, so geht's besser. Mal gucken, wo ich das Tablet jetzt hier hinstelle. Guckt ihr hier irgendwie auch sehen. So, hier sehe ich das ein bisschen. Nadinchen grüßt dich, aber es bleibt immer hängen. Aber bei mir geht's jetzt zumindest. Am Tablet sehe ich schon mal, Nadinchen, dein Kommentar. Emanuel, äh, Emanu, sieh zu. Tobias und Annika, sieh zu. Das sehe ich schon mal hier. Also am Handy, am Tablet oder Handy scheint es schon mal bei mir besser zu laufen. Patrick, sieh zu. Bei Facebook ist es hier schon wieder komplett abkacken. So, mal gucken. Hat sich auch schon wieder aufgehangen bei mir. Das hat sich auch schon wieder aufgehangen bei mir am Tablet, dicker. Können wir das Tablet auch ausmachen. Es kotzt doch einfach an, dicker, alter. Am Handy läuft es aber noch weiter. Am Tablet nicht. Das ist ja merkwürdig. Dann muss ich halt jetzt am Handy irgendwie hier die Kommentare wieder schauen. Wie früher, wo ich einfach zu streamen, dicki. So fühle ich mich hier gerade. Ich bin der Anfänger. Guten Tag, grüß dich, Matthias, mein Lieber. Endlich könnten wir lästern. Lasst euch rein. Lasst euch frei laufen und lästert ruhig. Lästert. Lästert über mich. Was ist denn das jetzt hier? Verpüßt euch. Komm, ich bin viel zu runter. Mann, 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 da. Guten Mittag, guten Mittag. Guten Tag, Manners. Gehen wir so kleines Häuschen hier mal rein zum ersten Mal hier runterspringen. Naja, wir brauchen ja gar nicht eine Kloswaffe für einen Pirx mit Platten. Alter, was willst du mehr? Bad Milch du tun. Ich sehe jetzt aber keine Kommentare. Ich muss noch, wer sieht es so. Ich muss nicht immer aktualisieren. Klicken wieder, wie immer halt. Und jetzt sehe ich wieder Servus, Andi. Bei mir geht es auch auf Handy. Na doch nicht. Bei mir geht es nicht auf dem Handy. Bei mir sehe ich auch, wenn ihr nur, wer zusieht, aber keine Kommentare. Da kann ich das auch ausmachen. Bei mir läuft alles am Tablet den ganzen Morgen ohne Probleme. Hä? Verstehe ich schon wirklich, Digga. Bei mir läuft es gar nicht. Ich muss hier das noch aktualisieren. Klicken, dass ich eure Kommentare lese. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen bis heute Abend, Alter. Sonst gibt es hier richtige Ausflipper. Schicht im Schacht. Muss ich sie mal ermahnen. Als Facebook hat das so bitte richtig funktioniert hier. Ansonsten kann ich hier nicht richtig arbeiten, sage ich. Arbeiten. Und hier in Elm Street sind hier ein bisschen Gegner drin. Da müssen wir aufpassen. Ich war da noch schon wieder irgendwo rum hier vor mir. Ich bin mir noch nie sicher hier doch. So, dann aktualisieren wir dann mal die Kommentare hier. Traurig, aber wahr. Das Zeichen mal her. Liegt wohl an deiner Technik. Was? Woher an meiner Technik? Was hat denn das denn mit mir zu tun? Hat das denn mit mir zu tun? Was denn das von wo denn? Facebook gave me a Guilte? Geht doch da durch. Geht doch da durch. Das briechen Futter, Alter. Gönn ihr meinen Lieber. Gönnung, Gönnung. Wo drei Kisten sind das hier. Hören wir mal. Kommentare aktualisieren. Digga, ich spiele auch gerade wie in einem Fahrzeuge, Mann, Digga, Alter. Boah, nee, ich kann mich halt echt nicht mehr konzentrieren, Digga. Du wirst so auf den Sack haben in den Kommentaren, Alter. Du wirst so richtig auf den Sack hier gerade, dass nix funktioniert. Mann, in diesem scheiß verhurten Drecks-Facebook gerade. Es geht einfach nichts, Mann. Nein, bei dem scheiß Drecks-Fitzigen, Alter. Ach, dann nochmal neu auf Kommentare anzeigen, dann geht wieder gar nichts mehr auf einmal, Alter. MEN! Wir machen spontan ein Sub-Game. Ihr könnt jetzt reinkommen, meine Freunde. Wir hören auch ein bisschen durchdrehen, aber ich warte nur so lange, mache Musik an und höre mal ein Party hoch ein bisschen, Alter. Sonst könnte ich ja noch richtig durchdrehen, also diese Verhurt-Fix-Scheiß hier, Alter, heute. Nix haut hin gerade. Game läuft wie Fick, Alter. Nix geht euch umsteht in der Jurassic Park. Palme auf was? Palme aus Plastik, was ist ein Blattchen für ein neues schon? Darf ich mich erleben, nicht anwenden, für den Sound of Stumm machen? So, Facebook-Kommentare aktualisieren. Ihr könnt jetzt reinkommen, spontane Sub-Games-Freunde der Nacht. Moin, Steve, grüße ich mal lieber. Dem Kleinen geht es besser, viel, viel nachfrage, Bro. So, dem kleinen Mann geht es wesentlich besser, Brodi. So nehme ich ja mal meinen Updick-Tropfen lieber. Das ist, alte Vibes kommen dann wieder hoch, alte Vibes kommen dann wieder hoch. Wo sind denn die Tropfen? So. Weiß einer von euch, ob man mit der GoPro 4 live gehen kann? Also, ob das mit dem Bluetooth über das Handy live geht? Alles klar, Ivo, mein Lieber. Das kriegen wir schon hin, Schnucki-Putzi. Was ist denn, dass er da was, Bro? Ich sehe keine Kommentare wieder. Gibt es eine Aktualisierung über Facebook an sich? Gibt es da irgendeine Aktualisierung? Ich könnte mal den... Ey, Svenny, grüß dich. Ich könnte vielleicht den Streamer selber nochmal... Ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Guck mal Facebook direkt aus. Irgendwann mit PC. Guck mal auf, du. Ich habe wahrscheinlich gerade eine Rauschen in der Zeit, wa? Beim Ventilator. Nicht, ne? Okay, ganz gut. Dann ist gut, Digi. So, dann guck... Ja, ja, mach ruhig, Bro. So, jetzt öffne ich mal Facebook über... einen anderen Browser, eine andere Browser-Page. Da schreibe ich mich selber, kann ich nicht aufs Stumm machen. Letzter Kommentar... Äh, komm ich später dazu, muss erstmal wieder ein bisschen Marco-Diggich hin. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank, Bruder, für deine 200-Jahre-Schnuckelhase. Freue ich mich sehr drüber. Thank you very much for your support, Bro. Kommentare sind aber anscheinend auch nicht aktuell bei mir, oder? Ich weiß nicht, letzter Kommentar, was wird bei euch angezeigt, letzter Kommentar? Was frage ich euch, wenn ich mich in den Kommentar sehe, ich bin auch richtig geil. Was kann das denn liegen, Alter? Zahri hat Tests, Tests. Hallo an alle, Andreas, grüßt dich. Okay, es geht bei mir nicht, Zahri, geht bei mir nicht. Nö, geht bei mir auch nicht. Ich muss Kommentare aktualisieren, das fackt mich gerade an. Ich weiß nicht, wie ich es gerade machen soll, Leute. Ich kann doch nicht jedes Mal im Spiel alle 10 Sekunden den Tab auf dem anderen Monitor wechseln und die Kommentare aktualisieren, Digga. Was ist denn da heute los? Was ist denn da los? Mann, 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 das fackt mich so ab gerade, Leute. Dann kann ich einfach mal heute nicht antworten. Stefan, macht das mal bitte publik, dass die Leute auch wissen, dass ich halt nicht auf ihre Kommentare eingehen kann. Dann gibt es halt nur so einen Stream halt, wo ich einfach mit uns, also ich laber zwar mit euch, ihr wisst das ja, aber ich kann es nicht ändern, dass ich nicht auf eure Kommentare reagieren kann, das tut mir leid. Fackt mich selber auch übel ab. Nimm die Facebook Gaming aufs Tablet. Tablet, die Facebook Gaming App, muss man die extra runterladen, oder was? Muss man die extra runterladen, wahrscheinlich, Digga. Ich hoffe, das geht jetzt alles. Cam erstmal. Dann hoffen wir mal, das funktioniert nicht. Wieso nicht, wo ich das hinstelle, oder das Tablet? Das ist ja Monitor, ich das sehe, wisst ihr, wie ich meine? Das packt mich übel ab, Digga. Muss ich jetzt irgendwie runterladen, Facebook, Tablet Gaming, Facebook, Facebook, Tablet Gaming. Ich hab schon oft zu labern, Junge. Ein Schnauziger. Facebook. Das geht nicht mal, Facebook Gaming. Ich soll nicht mal vorgeben, ist das so selten, oder was? Dann hab ich jetzt wieder eine Nachricht gekriegt von Facebook Gaming. Wo so eine scheiß dreckigen Fickfotzen, die hier noch versuchen wollen zu hacken. Die müssen dich nur... Vor allen Dingen, herzlichen Glückwunsch, dass sie Partner geworden sind. Haben sie mir vor die Woche geschickt. War gut, dass ich schon über ein Jahr Partner bin. Dann merkst du richtig, wie dumm die sind, Digga, Alter. Facebook. Mir steht ja keiner. Hier haben wir das Facebook Gaming, ganz, ganz unten. Facebook Gaming App bewertet mit zwei Sternen, Alter. Ist das schlecht. Ey, Facebook ist auch nicht das Beste, der. Ich bin, glaube ich, der einzige der wenigen Partner, die das so deutlich aussprechen, Digga. Das ist mir einfach scheißegal, das mittlerweile. Na, schönen Dank auch, Alter. Facebook hat derzeit eine Störung, ja, Patrick. Das hast du gut erkannt, mein kleiner Süßer. Auch die Sterne vom Varko. Vielen, vielen lieben Dank für eure Sterne. Patrick, Alter, Digga, ich bin einfach bloß angepüßt, Digga, dass ich eure Kommentare nicht lesen kann. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass ihr da seid, über jeden Einzelnen von euch. Aber es fuckt einfach ab, dass ich jedes Mal im Game mich nicht konzentrieren kann, gerade jeden Scheißvergurten Gulag verliere und alle 10 Sekunden auf den anderen Monitor tappen muss, damit ich eure Kommentare lesen kann. Jetzt klicken wir mal auf Öffnen und hoffen, dass das jetzt funktioniert, hier, Alter. Das ist ja richtig am Rad. Muss ich mich ja noch anmelden, oder? Das ist ja eine Frechheit, Alter. Alter, komm schon, Mann. Erlaube ich doch, ja, hier. Ja, der auch noch, oder was? Da könnte ich nicht selber im Anime werden, oder? Wird schon alleine hier? Bodenlose Frechheit ist da. Hier, jetzt bin ich ja hier, der T-Shirt. So, hier sehe ich mich selber. Ist ja schön. Wie sehe ich jetzt die Kommentare? Muss ich da draufklicken? So machen. Sehe ich jetzt die Kommentare vielleicht mehr? Wie sehe ich die Kommentare? Hier. Digga, warum dreht das sich nicht mit, Leute? Ich flippe gleich so richtig aus, ob das ausgestellt ist, oder? Das ging doch vorhin auch. Und so. Das ist doch gar nicht ausgestellt. Hey, Leute. Es dreht sich nicht. Jetzt ja. Jetzt sehe ich die Kommentare nicht mehr. Jetzt ja. So, jetzt haben wir Kommentare. Jetzt stehe ich das Ding jetzt hier ran. Und hoffe ich. Ich hoffe, das geht jetzt, Leute. So, jetzt kann ich den Stream so umändern auf das Bild. So, und jetzt gucken wir mal, ob es Funktion nuckelt. Jo, homie Dingy. Spiel, ohne auf die Kommentare zu antworten. Ich versuche es, Markus Sieg, aber ihr wisst, genau darauf lege ich auf die Wert. Ich habe jetzt nebenbei am Teller nochmal den Stream laufen. Ich hoffe, dass jetzt auch der Stream flüssig läuft, aufgrund der dessen, dass ich jetzt auch mal einen Stream aufhabe. Sag ich mal, das verbraucht ja auch ein bisschen Download-Volumen. Also, Download-Bandbreite, ihr wisst, was ich meine. So, kann man einer noch mal Test in den Chat reinschreiben, wie sie, ob das funktioniert oder nicht? Weil das letzte Kommentar, was ich gerade sehe, ist von Markus. Spiel ohne. Ich glaube, das geht bei mir immer noch nicht, oder? Ja, bleib mich doch, komm, zeig mal her. Ja, hast du recht? Okay, weil mir geht es auch um Tablet auch nicht, Leute. Bei mir geht es mit der Facebook-Gaming-App geht es auch nicht. Das ist zum Kotzen, Digga, komm, raus. Tablet weg. Wir haben keinen Spiel-Sound auch nicht, oder was? Geil. So, ich habe da jetzt wieder. Ah ja, also wie gesagt, das geht auch mit dem Game, mit der Facebook-Gaming-App nicht. Deswegen muss ich jetzt wieder alle 10 Sekunden versuchen, die Kommentare zu aktualisieren. Oder ich muss mein Schatzi hinter mir hinstellen und die einstellen, dafür, dass ich mir alle 10 Sekunden die Kommentare mir vorlese, meine Kleine. Du musst da auch ein bisschen vorlesen. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ich es sonst ein bisschen so mitkriege, wer hier was schreibt oder eine Frage hat. Digga, Alter. Mahlzeit Ruby, bitte noch GameZone ist an, Stream vielleicht neu starten. Denn ich habe euch gefragt, ob das bei anderen Facebook-Stremen auch so ist. Ob ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr sagt, das ist da nicht so, dann kann es ja nur an meine Wenigkeit liegen. Was ich aber nicht glaube, weil... Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für euch neu starten, das ist kein Problem. Wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel bei anderen Streamen habt ihr geguckt, da ist es besser, dann würde ich jetzt mal neu starten. Wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann jetzt immer so neu starten. Ich müsste mir halt bloß sagen, ob... Du bist Orange, Bro. Das ist, was mir sagst. Ja, wir brauchen die sehen. Ich hoffe, es war nicht mehr, dass ich gefolgt werde. Ich auch nicht, Digga. Ich habe nebenbei mal drauf geachtet, gerade höchstens. Hier ist ein Kisten, kommt zwei, drei Stück runter, Bro. Müssen wir aufpassen. Ich bin mal gleich hin. Das ist auch mich schon? Von wo denn, Alter? Die kommt, glaube ich, schon. Die würde mich, glaube ich, holen, die Assis hier. Der Rot bist du, lol, hä? Jo, warum schießen die schon wieder auf mich, Alter? Ich will einen Luftschlag auf diese Position. Hier, Phoenix 3. Schlag unter mir. Hinter mir. Hm, brauchen wir auch zwei Leute. Hier ein bisschen auch vor mir. Fuck off, oder? Die sind am Berg oben. Puschen mich gerade. Anscheinend ist es bei anderen im Stream auch so, dass es nicht funktioniert. Ach so, na, siehst du, dann brauche ich das übernehmen. Das wird ein Feld voll allgemein eine Steuerung sein, Leute. Was soll ich machen? Tut mir ja auch für euch leid. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Hier ist der Treffpunkt. Momentare werden wieder gar nicht angezeigt. Hier nochmal neu aktualisieren. Es gibt's nicht, Digga. Wie gut die Gegner hier alle sind heute, Mann. Mann, ist doch gut, du Knecht, Digga. Hey, Digga, ich krieg gleich echt's kotzenlangsam, Digga. Ohne Scheiß, Mann. Das Pief hört nicht mehr richtig aus, Junge. Dankeschön, Sachi. Dankeschön für die Info, ihr lieben Mäuse. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, bringt das auch nichts, wenn wir den Zügen neu starten. Ich versuche jetzt echt drauf, mich nicht mehr zu konzentrieren, Leute. Ich kriege noch einen Durchdreh heute, aber richtig. Was bei mir in der komischen App da funktioniert? Tja, ich will's auch nicht, oder? Irgendwie... Ich glaube, dass da überhaupt ein Problem ist, dass jetzt nochmal ein Patch kommen muss, glaube ich, eher nicht oder ein Update, weil das war ja vorher nicht der Fall. Ist ja mittendrin aufgetreten. Sie werden so irgendwie, glaube ich, hinkriegen, Alter. Müssen sie bis heute Abend hinkriegen. Ich habe gekannt, wie der sagt, putz, nicht aufpassen. Ja, aber ist doch so, Leute. Nicht jetzt so, weil müsste ich als Beruf auch direkt so ein Ding stellen, dass ich nicht richtig arbeiten kann, die Kommentare nicht lesen kann, wenn ich so assi bin. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man einmal für drei Sekunden außerdem vergisst, die Musik auszumachen, wird man gleich gesperrt für die Werbung, Alter. So eklig wird man da behandelt. Und wenn die mal was nicht hinkriegen, wissen wir doch auch nicht gleich zu denen so und schreibt denen irgendwie an, Leute, ja, what's the problem, dude? Ich kann kein Geld verdienen. Dann möchte ich gleich mal so ein bisschen, wie man so eine Mietminderung beantragt. Dann antrage ich auch so, warte, ich sage, hier, Leute, ich möchte jetzt so ein bisschen, was denn hier passiert. Bei anderen läuft das ohne Problem. Ich habe zwei angefragt. Welche hast du denn angefragt, Jens? Wir sind doch gar nicht live gerade. Welche hast du angefragt, Jens? Das würde mich jetzt mal interessieren, bei wem es funktioniert. Kannst du ruhig die Namen reinschreiben. Ist dasselbe Problem bei Baking. Okay, okay, danke für die Info, Bro. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch so... Wird so kistig runter, ja, Digga. Ich stelle mal neu, die Runde. Dass ihr euch da so einen Kopf macht und bei anderen reinschauen, finde ich echt sehr nice von euch. Dankeschön für die Info, Leute. Oh, die sind rechts neben uns, die Runde, Digga. Weine, Alter, das war der, der mich abgeknallt hat, der wichst einmal wohin. Da habe ich zwar komplett gekackt, ich habe eine Koopa rausgenommen, aus Versehen, weil ich Panik hatte, aber hat er hier reich für die Assis. Die hat meine Waffen so weggekauft, aha. Ich habe noch meine AX50. Da habe ich übrigens auch meine Waffen wiedergenommen, habe ich die alten Waffen von mir abgelegt. Der Rucksack ist ohne Platten, ist ja auch kacke. Ritzen nehme ich mit. So, dann müssen wir mal gucken. Die Kronen haben wir noch im Haus vor uns, Svenny. Guck mal, dass es jetzt kein Handy gibt. Guck mal, dass wir den wegheben. Hau dir meine Platte rein, genau, ja. Warum hat der eine Kronen als Solo-Dude, Alter? Komm, 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 komm. Das sind zwei, äh. Ach so, Alter. So, wie kann man denn nur so spielen schon wieder, Alter? Wie kann man nicht nur so rumhuren, so ein Campen, Alter? XP-Steel, das reingeschrieben ist, aber ich habe das noch zwei angefragt. Wer ist denn der zweite noch, bro? XP-Steel? Schon mal irgendwie gehört. Steeler wird da so geschrieben, okay. Ach so, der hat glaube ich sogar das Turnier, wenn ich spiele, den ersten macht er mit Gunner oder nicht. Ich weiß nicht, wo auch alles so ein Facebook-Streamer, glaube ich. Doch, ein guter Spieler. Wie gesagt, Facebook Gaming hat mir runtergeladen, ähm, fürs iPad und da geht es gar nicht, Digga. Das ist halt momentan richtig abfakt, Digga. Richtig, richtig abfakt, Dude. Ich brauche einen, der jedes Mal mein zweites Monitor klickt und da aktualisiert, dann geht es mir besser. Also mich wundert, wenn das bei einigen Streamern geht und bei anderen Streamern wiederum nicht. das würde keinen Sinn machen, weil, hä? Wäre mir das ein allgemeines Problem, oder nicht? Deswegen ist es wieder komisch, dass es bei mir wieder nie hinhaut, Alter. In mir haut mir nix hin, Digga. Ich werde nicht gefordert von denen. Ich bin ein richtiger, ekliger Hund. Ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Erstens, ich wurde einen Beitrag erwähnt bei Teacher. Sie haben eine Geschenkgarte gewonnen, 100.000. Leck mich doch. Man wird wie so ein Wichser dann so ein Scheiß schon wieder. Wie kann ich denn das wegmachen? Dann werde ich mal Spam, Alter. Hier, blockieren direkt. Blockieren, sowie neue Konten, die sie mit ihr erstellt. Das ist ja geil, dass man sowas direkt blockieren kann. Blockieren und sogar neue Konten, die erstellt werden auch. Das wusste ich, dass sie sowas schon machen können, Alter. Das ist ja sexy, Leute. Der Bacon und Trashy geht es auch nicht. Das weiß ich ja. War Zeit, Patrick. Ja, ist doch gut. Beruhigen Sie sich. Ey, was ist mit meinem Elm heute los? Dankeschön, Sven, hey, mein kleines Mäuschen. Let's go, dude. Besser und besser laufen. Wir machen's Upgame spontan, oder? Ihr könnt nichts mit reinstellen, wenn ihr Bock habt. Ja, wenn ihr nicht in die Lobby gehst, könnt ihr nicht reingehen. Nee, dann nicht, Digga. Da hast du recht, Digga. Hast du recht. Richtig, Melle. Wir gucken nicht alles, gucken über Gaming, App und Android zu, sondern da gehen wir über Android und App und Probleme, wie immer halt. OTS ist wieder spielbar, auf jeden Fall, Toni. OTS, Bullfrog, ähm, denn... Könnt ihr auf jeden Fall da zocken. Und natürlich Marco 5 und Blicson. Wollen wir jetzt da raus, wenn die nochmal homie und woanders hier mal, Kürich, Bro. Okay, Kürich, Kürich, ja, 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 ja. Ja, du Bastard, Junge, lass den Jungen in Ruhe, der hat ja nix getan, Mann. Feindliche Manöver. Ich holt seine Mutter gleich, er reicht sie, rüber, raus mit den Fischern. Wenn ich fliege, hab ich Zeit zum Aktualisieren, dann kann ich ihm ganz kurz die Festplatte am Tag aktualisieren. Yippie, bin bereit. Dankeschön für die Sohleitmörder. Lalalalalala, wuhu, Jesu Bruch, Mann. Uah. Ich guck, ich schau hier in der Kiste hier oben, wo sind denn die Kisten hier, Alter? Hier sind sie doch, Mann, I'll give me fucking cash, dude. Ich guck, du Follower-Loot-Waffen, der blaue Marco, der blaue SDG, da sag ich nicht nein. Jetzt bin ich nochmal nochmal Guera im blau. Hier sind wir mal Selfie drin. Medizinische Vorräte, da drüben. Jedoch einfach durch die Scheibe durch, was ist denn das Problem? Ja Svenni, hab mal gut iran Selfie liegt da, schnuck, und jetzt ist es wo jetzt naja. Selfie snack ich mir gleich. Das möchte ich aber auch mal ein großer. Klebe ich jetzt hier zwischen der Tür fest, weil ich so fett bin, oder was ist denn los? Kohle sieht mau aus, was denn da mit dem Geld los sagen? Junge, so viele Häuser hier, wie du hier keine Kohle drin hängst. Hey, 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 hey. Wir werden verfolgt, toll. Vielleicht da rüber? Ja, können wir gleich mal machen, ne? Das müssen wir eher die Kohle in die Kiste da hin geht, anscheinend. Aber hier wollen wir mal hingucken zur Kiste, das ist immer mal nie so, ich sage mal ja. Ja, wir können das zur Kiste ruhig hin, ja. Ich will jetzt da liegen, ja? Ich fliege mal nach oben und gucke erst mal von der oben, ob der einen Gegner sehe. Das scheiß Headset-Spieler aussehen, Digga. Wo ist denn das Kabel hin, auch überhaupt, vom Headset? Ich hab immer den richtigen Zeitpunkt hier, ich krieg immer den richtigen Zeitpunkt in die Fresse hier. Was ist denn heute los, Mama? Ja, da fliegt alles runter hier in Rechnungen. Mensch, Leute, schickt das Arbeitsamt da. Ich kann erst mal Kenia sehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch mal eine Kiste, wie es aussieht hier bei uns, Digga. Das wollen wir mal wieder kurz aktualisieren hier. Der Gulag King, das war doch gar nicht dahin geschnieben, oder? Verprüfst du, die Kiste geht jetzt, wenn ich was denn ran? Alter Träumer, du. Sehst du mich jetzt gerade wieder? Ja, natürlich. Immer. Immer. Immer wieder. Immer wieder. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Feindliche Drohne. Das hier. Können wir auch mal eine Drohne kaufen, wenn wir einen Job hätten. Oder lass erstmal da oben die Luft klingen hier ein bisschen. Wo sind wir überhaupt? Die schießen doch vor uns. Da können wir ja auch hin, Digga. Genau vor uns ist der Braten. Denkt man geradeaus, so unter uns werden die sein, oder? Wo waren die Sittiche hier? Ich weiß nicht, wo die sind, Alter. War die hier nicht? Nee, ich weiß es auch nicht. Wir sind ja umgelootet, das hier alles. Ja. Das war doch ein fetter Headdy eigentlich, du Kohlkopf, Junge. Ja. Ja, hinter uns noch ein Team. Ich wusste es doch, Digga. Ich wusste es doch. Hinter uns noch ein Team. Und wo schießen denn die kleinen Süßen hier? Vorne, da oben hat er geschossen. Da gab es einen Blick. Die Tür da abgegangen. Hä? Komm, leck mich doch am Arsch, oder? Oder andere Team wieder noch, oder was? Äh. Das ist die andere Linken, die ich hatte. Die Spritzer jetzt wirklich so eine Scheißgranate dafür. Ach, pickt euch doch heute. Was ist denn los, Mann? Heli, pushen jetzt hoch. Heli, ja. Da kann pushen der Asi. Ja, die landen über uns. Highground. Ein hat Headdy gekriegt. Und von ganz oben noch ein Team, Alter. Drei Teams. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung. Wer für eine Granate. Wir werden von drei Teams geknutscht. Super. Dann habe ich K.O. da oben. 2 K.O. insgesamt. Du alter Dachte. Du alter Dachte. Dicker, mein Aim ist schon wieder so bad, Bro. Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. Er holt sich schon, potzen alle weg, Junge. Nee, er kommt dann nächste Nuttensohn wieder, Alter. Boah, Leute, nicht. Wo ist der denn die ganze Zeit? Das gibt's doch nicht. Yo, ihr Ficken, Alter. Verpiss dich, bitte. Kann man eigentlich nur so eh genug schicken. Ich schwöre, die ist doch scheiße, Alter. Ist einer bei dir oder wo schießt du hin, Bro? Ja. Äh, auch bei dir hinten bist du grad um die Steine gekommen. Und... Oben irgendwo. Oben vom Berg. Ok, ok. Die haben mich grad von fünf Seiten beschossen. Keine Ahnung, was das alles für Teams sind. Und ihr kriegt was hier los ist, Alter. Vollatt geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Mal, was wollt ihr denn alle, Mann? Ihr scheiß Senf-Augen, Alter. Ich mach mal hier auf den Sack, Alter. Jetzt reicht's. Fisch ich da hoch. Oder auch nicht, weil hier der andere Wichser wiederkommt. Alter, das ist doch nicht normal, Digga. Ich muss gleich so ausdicken, Mann. Alter, Junge. Sieh doch an, 1600 Damage, Digga. Zwickilz, Junge. Ihr Vorsicht, Fotzen, Alter, Mann. Du kriegst hier jeden Schuss, kriegst hier hinweg, kommt der nächste Sonne aus dem Busch raus, Junge. Marz, Danny, grüß dich. Ich wieder aus, Alter. Oh, das war ja mehr. Ja, komm, flack auf. Nur du und der Fall, bring es zu Ende. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Beweise, dass du es doch drauf hast, Soldat. Aber wo ist er denn hin, Alter? Der ist da hinten irgendwo. Komm mal, der ist ja nicht direkt runter, Alter. Weiter jetzt, Leute, weiter jetzt. Don't give up, dudes. Don't give up, dudes. Na, 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 na. Ja, der Geister, Bro. Glaubst du mir nicht? Geht ja auch nicht, ey, der Mann. Ich muss mich hinlegen, ja. Ja, ich muss mich einfach durch das Loopy hier. Pisse ran. Ja, ihr Scheiße, die Waffe. Irgendwo mein Schild kriegen, ja. Das muss gehen, ich hab jetzt in der Nähe, Alter, gerade. Scheiße, mein Schild, finde ich hier. Ich lebe auf den Weg. Mal gucken, die Lupe, die da in die Richtung, denke ich mir immer, hoffe ich doch. Gibt's ja nicht mal eine vermute Platte, Alter, aber die mich rollen, oder was, Junge? Tausende Platte. Oh, wenigstens was angeht. Wir müssen jetzt mal wieder neu kommentieren, dass ich den Chat nicht lesen kann, was Stefan kommentiert hatte, fixiert hatte. Und wenn er überhaupt fixiert, dann müsst ihr nochmal neue machen. Ich bin ja los bei euch, ihr Traumdüten. Attacke. Das deckt mir allein mit eurer Möglichkeit. Ja, ja, mach mal. Mach ja mal einen Rudi-Chess, Bro. Dann cool, ach, Zugang und wieder einstieg vor den desgöttlichen, Junge. Jetzt schmecke ich richtig. Bin danach auf jeden Fall safe, eine Kiste kaufen. Wir sind wieder am Rennen, Svenny. Wir sind wieder am Rennen, mein Guter. Das hätte ich die Kinder mehr auf, Junge. Wir sind auch schön zusammen, Junge. Let's go. Vielleicht mal zurück zum Shop laufen. Ich bin der Verwelle, Alter. Ich bin der Verwelle, Alter. Na, aber, Alter. So, ich komme jetzt hier hoch. Ich bin mit einem einer Sagen, liegt da ohne Leiter hoch oder was hier. Aha, hier. Willst du zum Shop oder wohin bist du? Jo, zum Shop gleich hinkaufen. Ja. Da, ich komme mal hinlaufen. Ich bin hier schon, der Verfolger. Das ist doch nicht normal. Man kann die, wenn die mal Verfolgung ich dich immer. Nein, das ist klar, oder? Du bist immer der Verfolg. oder so oder bin ich zu hässlich aber irgendwie ist ja irgendwas in busche kennst du das auch oder was ich höre offen die du da ja ich sonst ja endlich mal wieder heiß jungen das bies im buch wo die junge ein spurke aber florian attacke christian mahlzeit ja ich bin christian mein guter hast du was man hier ist die drohne holen können oder was doch hast du mal noch in habe ich schon geguckt noch eine holen händler markiert der kind schwein hier bei uns oder weil du sie mir sagen keine landen das orange war oben auf dem dach alter alles klar danke für nichts leck mich doch am acht irgendwann bekommst du spiel ach komm ich habe eingefickt da kommt der nächste mann irgendwie schnärft langsam ab das game junge ihr kleinen huren söhne mann zwei zu zweit immer schön hand in hand ihren nutten alter diga fickt euch doch küsst euch umarmt durch ein bisschen glaube ich schon extra 1 und vor die zwei wichser bildet euch am besten aneinander an jungen nutten ich leck mich doch am arsch jungen da kann ich wirklich abgehen alter ja läuft immer noch da unten papa schon wieder da genau nutten sohn ich dann locker bleiben und ich muss so locker bleiben heute leute das gibt ja die ficken jeden eins gegen eins was weg da kommt dann nix in nutten da und um der ist ekelhof und lutsch uns die klöten alter mensch ne 2.000 damage 3 kills er geht rechts außen lang jetzt bleib da einfach mein wenn du ihn einnehmen kannst schon mal schaffst du noch alles easy schaffst du noch alles easy schaffst du noch alles easy yo 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 dann grüß dich Mahlzeit Roboter am guler es ist Zeit Soldat mach sie fertig ich meine ich sehe noch nix mehr mit einem schwarzen bildschirm ja können wir machen wir kommen ja eh bei uns nach zuhause könnten unsere waffen die sind nicht mehr drin ne ne sind sie nicht mehr vorratkiste bereit ja feindliche Drohne, ich wollte mich doch alle Bumsen, Digga, die wollen ja ja Bumsen heute 20 die kleinen Nutten Tatsache denn heute die hier schon Komm, gar nichts, da gibt gar nichts und nix 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 Uuuuuuuu Wiese Waco Uuuuuuuu 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 Moin 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 Flo Masse Jut Svenni, ich liebe dich Oh Da mach ich mal plapp Wir hören uns mal in der Moody Broody Ja, natürlich Eherensache, Junge Danke dir, ciao, ciao, bro Padi Dankeschön für deine Sterne, meine Kleine Vielen, vielen Dank, Leute, es konnten irgendwas nicht mitkriege Sterne, Kommentare sowieso gerade nicht weil alles gerade hier abspackt bei Facebook wieder leider Gottes Ich hoffe aber mal, dass das heute Abend ein bisschen besser geht So, ich start mal hier rein Let's go dudes Ich guck mal kurz, was ich so zu fressen noch bin ich gleich mal da Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Darcy, ich bin Darcy Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 ach mann bisschen mehr muni drin oder die augenlichten weg geholt alter so eine ärgerliche rotze alter scheißt man mich das gerade an hat man haben müssen den scheiß hier scheiße oder ärgerlich ja heute mit dem angestrengt scheiße so eine kacke aber auch wenn der dj nix kann der dj nicht das habe ich denn jetzt hier gemacht ärgerliche scheiße was ist denn das jetzt hier oder für eine kacke was ist denn jetzt hier passiert ist alles wieder weg alter ich kotze ab gerade kommentarfunktion weg was für hh 1 gegen 3 du lappenfreust dich oder was digger du lappenfreust du dich oder was ja wie kleine kinder alter haha auf gottes willen kriegst den keks vermutlich nachher ja großer du lappenfreust du dich du lappenfreust du dich du mensch internet rambo ist willkommen bei uns gerne die was für hilfe ich hab sie einfach die die zeigen höflich seid ihr kleinen wixer mann da seid ihr kleine picos jungen also ne ne da rauskommt das krieg ich noch krise hier oder in kleiner nutten so ne gar mich egal in real life der wird so eine backfeife kassierende kackaffe alter muss ich da locker bleiben oder sowas da muss ich so locker bleiben muss ich so locker bleiben kann jetzt was hinzufügen hier an modulen ist irgendwie weg bei mir komplett weg liste gewählter kommentar wo kann ich das modul wieder einfügen wieder scheiße hier in zeit dashboard spalte hinzufügen so und in die kommentare wieder ich kann keine kinder schlagen denn noch so eine große fresse haben der 1 gegen 3 er macht noch mucken jünger nix drauf ihr habt die vögel wieder von kuck mal reinkommt meine freunde kuck mal reinkommt meine freunde kuck mal reinkommt meine freunde ne andreas grüßt die mein guter die augen habe ich nicht im bot darf ich auch noch mal wenn kein anderer kommt dann kannst du noch mal mitmachen zum anderen die augen so gebaut auch wenn sowas heißen augen so und ddd war wie im bot außer mit der mix halt einfach statt rutsch das muss auch habe ich gerade im stream an das habe ich noch gesehen im stream grüß dich mal geht oder der frosch auge mein ich habe christ normalerweise auch gesagt jetzt jetzt auch gesagt gg wissen wie ich meine aber die idioten sind das nicht ein tricks kinder alter da kann ich richtig abdecken weil sowas kann einfach ganz höflich gg sagen freuen sie sich wie ein kleines butterbrot kind junger sind mein wind geholt haben meine fresse die nachteil wieder von der bar 40 schuss leer aug ist auch natürlich mit 60 schuss in der relativ schnell verheiratet und armonie und ich hätte auch vielleicht schießen sollen hätte ich aber ich noch geholt aber ist egal so muss ich mal den den haben sie den plopz erwerben weil welche hatten sie haben sie sowieso ja aber da haben wir einmal mitgespielt bis jetzt ist allein ein brohn in sein war ist das dann rollen alle anderen außer hand sie und wer die kleinsten zahl hat letzten zwei gehen halt raus wieder nicht anders und ich mache jetzt ein bisschen mucke an so lange kurz deswegen ist der games hat wieder aus denn jetzt sind wir alles gut alles gute muss wenn es nicht schmeckt also dann wissen was passiert wieder kloppen wir sind nicht und der gabel nicht mehr in die lösche wir hatten was hier wohl 39 53 an die 33 der florian 17 ich finde und besser noch mal nichts ich habe gesagt die nächsten zwei ich habe musik gelaufen die jungs reden was hast du sagt was ist in meiner schwester also das hat sie denn jetzt sagt euch was du wolltest bitte so und die kröne sind ein bisschen aber so schmeckt ja weil wir hatten die zweite zeige ab du musst doch mal selber ein bisschen gucken harmonisch ich esse die noch nicht also 33 31 oder hat er mal ganz kurz 17 es müsste insgesamt eigentlich wie vorhin fünf leute gerollt haben vorhin ich habe aber nur 1234 zahlen nicht gewohnt von euch ja ja hier haben die musste ja nicht geworden den passen da an die 33 jahre kommt eigentlich schon noch mal mit rein wo die irgendwelche anderen können ja schmucki danke dir brau so kommt aktualisieren nicht nur beim fressen hier ich habe mich im streamout doppelt ich habe mich im streamout doppelt die dinger sind einfach bloß die scheiß geklöse alter im maul an die backsteine muss meine frau ein bisschen soviel wie hier in die pferde ja und knödel hättet ihr euch gesagt du sollst einen dachschlaf machen ein kleiner frechtax er redet gar keine hab ja das auf stumm gemacht gerade vor der fand ich ja beim muckern ja ein kinder mittagsschlaf machen sollen wir uns nicht machen machen sie nie lieber da würden sie abends in der nacht wachen da hat jetzt die letzten drei tage so viel geschlafen wenn wir an corona erkrankt sind und der kleine auch habe ich seit heute wieder genießen ja dann meine gebesserung auf jeden kleinen ja ich denke jetzt wieder ganz gut wie gesagt zwei tage war das der hat auch gebrochen und alles ja unser team wie auch aber der hat ja kein corona ihr habt ihr einfach bloß mal einen darm gehabt und ihr habt alle in der kita und beim arzt haben sie gesagt bloß mal einen darm alle mann ja 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 Da fühlst du dich schon beim Puffen, Miner, Alter, ruhig dich schon mal ein bisschen. Kursen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Oh, es ist ein Messer und Nöben. Ja, ich glaube, dass wir von Lailer wieder an den Oberwurm nehmen. Lailer. 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 Mann, 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 Junge. Du bist am Fressen. Mh, du bist mein Held, mein Mund die Barsinger. Mh, du bist mein Held, mein Mund die Barsinger. Das sind Kiesesteine, Markus. Kiesesteine, Backsteine, Bro. Reicht mir jetzt so. Sebastian, Mahlzeiten. Ich bin Kostelle in der Wassung. Ich bin Kostelle in der Wassung. Mh, 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 mh. Du nicht. Ja, Aumi. Da ist der Karte, die aber wieder an zu schieben. Oder, Alio, weiter weg. So. So. O. So. Man, Mann. Uh. So, na, wo wollen wir denn hin, Mamos? Schön, dass Sie mit Airline-Kollegern geflogen sind. Ihr Ausstieg befindet sich links. Für Ihre linken Seite. Hier sind wir den kleinen Kurort, Hauptland und Hometown. Hier sind die Resorts. Hier wohnen Sie mit Ihren Kindern. Let's go, dudes. Da kommt ein Dems-Mitmann. Alle aufs Dach drauf. Come on, dudes. Alle aufs Dach drauf. Da geht richtig die Party ab, dudes. Bro, Bro, warte, der gibt nur Headshots. Ich hab alle gut mit der S-Mite. Jo, die ist alle tot oben. Die haben alle mit S-Mite geholt, direkt bei der drei Kills, Junge. Hier, Oma, Digga. Digga, Alter, das war so geil. Ich hatte hier sessen. Na, woan, Lucky? Ich hab noch genommen das Ding, will ich rein, ich müssen abgehauen. Auch jetzt aus dem Haus. Natürlich raus, alle Mann, jetzt. Zack, zack, zack. Wenn ich nichts... Da musst du was sagen. Mach den Mund vorher aufmachen. Mach den Mund vorher auf, nicht nachher. Digga, ob Sarah lag, dass du uns nicht gehört hast, um die anderen Gegner. Jetzt sind doch kein Dön. Tschüss, Mann. Junge, Junge, du hast doch eh nichts im Gulag. Was hört man denn im Gulag? Da hört man doch gar nichts. Komm, Meike, sind wir doch schuld, Digga. Hör doch auf, Mann. Hör doch auf. Was? Wo sind da oben? Sind auch nichts da oben drauf. Und auch ist er da, ja. Ja, will noch mal Stress haben? Papa, kommt noch mal hoch, no problem. Digga, das legt mich um, der Wichser wird mich umgelahren. Fuck. Scheibe. Noch bin ich nicht raus. Okay, man zählt. Lila, oder was? Jo, seh ich. Ja, Lila, Lila. Lila. Von Blau auch. Hast du den? Nee, ich bei Lila geh jetzt hin und hol den. Ja, die kleine Fotze, die, da muss ich noch mal weghauen. Luca ist ja Profi, oder was? Ich hab einen Shop, ich bin Meike direkt wieder bei mir hier. Hier Kisten. Hier Kisten, da geht euch was ab, da geht euch was los. Das Gas ist ja auf dem Herd. Ist das nix? Ja, ich komme. Ach, du bereitst du selber. Ja, ich, alles gut. Danke. Bitte, Meike. Kommt ihr zu uns oder was alle hier? Geht zu den Häusern hoch. Mhm. Echt, neben mir Gegner? Alter, bist du, lol. Hansi ist das, Alter. Irgendwie erschrocken. Genau da runterspringen, wo ich oder bin, oder was? Du Kackaffel, Alter. Oh, die Lappe. Ja, ist das so, Alter. Bist du behindert, oder was, Junge? Brauchst du einen starken Nacken, oder was? Da war mir Platte raus. Was hast du denn? Na, so schon mal ja auch nicht, Alter. So schon mal ja auch nicht, Meike. Bredchen war auch Platten, also sagt die Mensch, was? Oben, oben, wie bei euch. Von oben, vom Berg. Glaubt gar nichts mehr. Vielleicht tot. Ja, dann laufe ich innen andersrum, die andere Seite. Ich laufe jetzt hier komplett weg. Komm, in den Tunnel ist auch noch nichts. Nee, ich würde zur Kiste hinten langlaufen, Bro. Wenn ich da hin komme, ohne aus dem Maul zu kriegen. Mit meinen eigenen Waffen und denen ficken. Ja, genau. Der läuft schon zickzack. Ach, leg mich doch mal aus. Ich hab's nicht gehen. Boah, woher habt ihr das jetzt so gesehen? Nein, Mann. Nein, Mann. Ich bin da nett von ihm. Bist du wieder tot? Ach, fand ich nochmal, ey. Dann hinter uns, oder was? Ich weiß nicht, wo ist. Ach, fängst du doch. Ja, komm, wenn du mir. Nein. Gott sei, Alter. Ach, leck mich. Ah, der ist nicht ganz sauber. Wird alle weggegangen. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Der Kampf überlebt wird erneut eingesetzt. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance, wieder eingesetzt zu werden. Dein Teammitglied... Ah, fuck, Mann. Oh, mach, 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 mach. Ach, komm, Mann. was soll ich machen bei drei leuten digga machen alter mann du bist jetzt im gulag überlebe um erneut eingesetzt zu werden aufgepasst du wirst schon bald hier raus sein jetzt bist du dran sag doch mal hallo bitte ich hab doch schon mal die kommentare nicht mehr lese leute ich kann die kommentare nicht mehr lesen leute ich kann die nicht mehr lesen die kommentare funktionieren heute nicht bei facebook abpackt zurückzukehren üben üben ja stefan ich muss üben üben wir müssen alle üben nur du nicht braut du bist das game packt mich gerade öffne ich ab heute wir können die moderatoren vielleicht einfach mal öfter rein posten dass die verwurten fotzen kommentare nicht gehen leute ich sehe da gar nichts drinnen noch ein niente hamoudis doch geht es unten unter dir Ich bin hier. Ich kann keine kommentare leider lesen leute die facebook ab heute bei dir genau ist das Ich hab schon kürzt den oder? Yo, drei Scheine meiner! Drei Scheine! 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 Danke dir Digger! Was ist denn überhaupt hier? Ich hab grad komischen Game Sound hier grad wieder komisch. So. Digger. Was ist denn noch hier, Alter? Ich glaub ich geh wieder zur Kiste hin und koop da meine Bunkerkasse noch da. Ich hab grad' ich das mal alle wieder zurückbeleben können. Wenn sie die nicht mitgenommen haben, die Dioden, Laufen die da immer noch unten herum. Die Faden irgendwo da hinten noch. Drei Scheine! Drei Scheine! Bist du rot? Drei Scheine! 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 Ja, was ist denn das für Scheiße? Bin ich denn überhaupt gestorben? Das war doch der. Ja, der Mehl. Hahaha. Wie die Schlange, die Köppchen geflogen. Dicker. Ist da irgendwo eine Aufträge gut in hinten? Na, Dicker. Ja, ihr kleinen Nutten kommt doch wieder ran hier, Alter. Ich bin unter Wiss. Das Kopfgeldstiel ist aus. Wunderbar. 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 Ja, zu dreht kommt alle auf einmal, Mann, ihr Noobs, Alter. Leck mich doch, Mann. Leck mich doch, Mann. Er leckt mich, ja. Machen wir nochmal neu, die Scheißrunde hier, Alter. Seite. Das sind damit. Man, Mann. Ich bin Corinth, Marni, Moi, 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 їz thu. ist denn da los bei dir zu hause große deine frau schon beim abticken oder was ich weiß doch schon mal so deine frau sollte man seine stimme oder lass das mal sein jetzt das viel mehr so damit kriegst nichts mehr letzte runde so für mich auch leute nach mir erst mal offline und wir haben geht sind wieder gegen 18 ungefähr los die kombinierten geräusche bei mir dass du machst die energie in der erinnerung auswetter draußen heute richtig kauf wenn ich gehe die scheiße der abend oder kommentare nicht klar das tut mir leid leute es tut mir leid 2010 dass ich jetzt drei wochen urlaub habe oh wirklich und gönn dir menschen meike gönn dir mal eine ruhige urlaube hast du mal wieder nötig junge dienstag hat ihr wohl auch gereicht im burschiff der autobahn ich habe jeden tag für mich zum arzt war die scheiß dreckige kack autobahne jedes mal dasselbe wirklich jedes mal genau vor der haustier so weiter geht es jetzt hier runder moody's jetzt noch mal reingeprügelt in den schacht kgm oder was waffen und ausrüstung prüfen noch mal bauen müssen wir mal schauen grüß euch ihr lieben schön dass ihr da seid am udis vielen vielen dank fürs like ich hoffe dass heute die kommentarfunktion nicht möglich ist ich sehe da absolut gar nix nix «Falitlicher Soldat in der Nähe» «Feb个» «Eyear Mars» Na hören mai «OS BEI H am lieblich das konntag «Febiete Gäste representation.» Vorbereitungen beendet. Online-Rütter. Okay. Oh, leh, Leute. Oh, leh. Also, dann wieder raus, okay? Let's go. Arsenal. Arsenal. Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für den GAS. GAS nähert sich seiner Position. Ab in die Sicherheitszone. Geldlieferung gemacht. Abfangen und die Fracht geschlagnahmt. Ist doch gut jetzt. Wer nervt denn da so? Habt ihr Lucky's offen oder wat? Reicht das? Bist du mal voll, oder was haben Sie? Ich will, ich muss, ich muss. Du hast doch grad mal gekriegt wie noch ein Schwein. Du hast doch immer wie eine Punkte. Fetzkopf. Warum bist du so abjagt? Ich hör dich total abjagt, ey. Was sagt ihr mir jetzt, dass ich abjagt bin? Oder was sagt mir keiner? Keiner gar vor, ich sag. Ja, das ist meine Doofleitung, glaube ich noch. Ja, ich weiß nicht, wenn ich abjagt bin, müsste ich mir sagen, aber wenn das nur bei Mikey so ist, dann hat Mikey ein Pech. Muss er durch, der Lorich. Juhu. 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 Erstens ist das mein Haus, nicht dein Haus. Das hier ist deins, wo ich jetzt bin, Mikey, da steht extra dein Namen an der Klingel. Wer hat schon mal Jagd-Hermudis, wer hat nie Jagd. Juhu. 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 Einag mitgeflogen, aber ich finde auch nicht, oder wie kann das jedes Mal sein? So ist doch eine Scheiße, ist doch das, Buddy. Bei mir ist einer unten drin. Ok, ok, ok. Fick ihn weg, Digga, fick ihn weg. Wir kommen gleich da, Junge. Wir stoßen gleich dazu. Glaub ich. Hm, hm? Schauber? Ja. Wir können doch eine Kiste kaufen, Leute, wenn man zum Shop kommt irgendwie, ne? Wir haben Geld zusammen für eine Chest. Also zum Shop kommst, Benni, irgendwie, oder? Ja, ich kann schon zum Shop kommen. Ja, was hast du denn hier verloren, Großer? Hast du dir noch verlaufen von denen? Geld, ich bin bloß markiert. Hast Geld gefunden. Ich eh immer nach hinten vom Haus ab. Mhm. Für noch Geld. Kurf die Chest hier, Dude. Ich hab noch eine Muni-Kiste. Naja, kannst du eigentlich, ich will sie nicht. Ich will einen drehen, was wir voll hier... Digga, was, was schießt denn da? Bist du hier denn sauber? Unge Mensch. Was war doch auf mit der Scheiße. Ja, Muni-Kiste, glaub mal, raum, hau mal raus. Schau mal raus, die Muni-Kiste. Ach, die haben sie jetzt umgeändert? Die haben sie jetzt mit MP-Muni gemacht, sehe ich gerade, die auch. Die war früher mit AR-Muni immer. Große Mech. Jetzt kommt die Kiste, können wir noch mal Ghost tun. Eine Kiste, wie das auch? Mhm. Was ist mit Marco los? Marco fliegt raus, oder was? Ach, ne, komm. Letzte Runde fliegt da schon wieder einer raus, oder wie? Ey, Digga, ich kotze ab, Alter, gerade. Ey, das kotzt so ab, Digga. Jedes Mal dieselbe. Ich mein, du kotzt 6 zu 4, fokt mir aber trotzdem ab. Was darf ich denn noch sagen, Leute? Ich schaue die Runde jetzt nicht nochmal neu, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Wie ne Zeit mehr, ist schon nachts 2 wieder. Ich muss mich um mein Kind mal kümmern heute. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Ja, wollen wir hinten, Alter, zum Helikopter, oder was? Alex, wir werden noch kurz stehen. Wir werden noch kurz stehen. Ja, willst du mich ansprühen, oder was? Ist die so hier richtig? Äh, 125er Mech. Visier. Ja, die ist so richtig, ja. Die ist so richtig, Bruder. Boah, ist schon frisch jetzt. Ist angenehm. Angenehm frisch, um die zu sein. Ich hab mich darauf gefreut. Jetzt bin ich sehr viel, Marco. Alles easy, schnucki. Egal, das 60er Mech bei der Aug, war doch immer Sturmgewehr, Muni, oder bin ich blöder, Alter? War doch nie MP, Muni. Da bin ich jetzt der Dumme. Kann doch sein, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht. Selbst, oder? Jo, unter mir. Alter, hab ich mir... Dicke, ey, was ist denn los mit denen, Mann? Können wir helfen, Leute? Die sind vor mir unten. Hier kommt einer hoch jetzt, der ist low. Voll die Freaks sind das schon wieder. Voll die Freaks, Leute. Ja, die schließen doch. Das ist alles hoch. Ich bin richtig kotzen. Anni, glaube ich, einen habe ich zumindest gefinisht. Boah. Sag ich lieber nachher, bis live. Scheiße. Scheiße. Dein Teammitglied hat den Gulasch betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Zeit zu kämpfen. Mach dich bereit, um zu schlagen. Du bist dran. Ja, dann gucke mir mal ein Juli. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Du hast keine schlechten Zeit. Wir bleiben halten für erneuten Einsatz. Ja, die ganzen Waffen wieder weg oder was von den Bitches. Ey, da ist da unten irgendwas. Cool, da brauchen wir ihn nicht mehr. Vielleicht kann man unten noch looten hier. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was. Bring einfach mal da oben raus, Mikey. Ich bin erstmal hier oben looten. Ich hab das mal ne Wache. Ich hab ne Bunkerkoppe. Ich hab ne Bunkerkoppe. Ich hab ne Bunkerkoppe. Dann denk mal, wir kriegen das hier oben schon zusammen. Danach kommen wir in den Bunker. Wenn jetzt hier ein anderes Team kommt. Los, sag mal. Acht, neun haben wir. Wann macht's ja noch einen Batzen? Neun, neun. Neun, hundert Euro. Einen Huni, Mann. Einen Huni, oder? Jetzt kommen wir doch hier irgendwo her. Ich hab mal einen Huni ab, du. Ich weiß nicht, was einem hunderten scheitert jetzt hier, oder was die Kacke? Ey, ist ja Wahnsinn, oder? Jetzt gibt's nicht, Digga. 100 Euro, Manners. So einen Kredit nehmen, Leute. Ich hab noch ne Kiste hier oben, Leute. Ich hab noch ne Kiste. Die ist hier oben in dem Turm drin, ne? Da ist jetzt der Hunder da drinnen, Leute. Alles easy. Das fühl ich doch schon. Das fühl ich doch schon. Jawoll, haben wir zusammen das hier. Alle mal zum Shop wieder runter. Ja, Shop. Bei mir hier zum Shop. Okay, ich komme. Au, ich krieg die Schütte an. Von wo? Da war wohl noch der Dieter, oder? Warum schießt du jetzt mit deiner Ohnescheide im Verwaffeln? Süßen an, dass wir da sind. Jaw. Aber bei mir, glaub ich, irgendwie haben wir keinen Unterscheid drinnen, die Schweinehunde, Alter. Es ist immer schön, dass ich immer noch drauf reinfalle. Das verliebe ich doch so an euch, Junge. Du meinst, das darf ich im Kostüm an, Junge. Hast du schon mal Fasching, oder was? So, jetzt aber noch mal ein bisschen neuer. So, mein Chat kurz mal aktualisieren. Muss ich ein paar Handles machen. Ich bin ein Hebtchen-Partner-Menscheid. Alter. Das Gas nähert sich dir. Gibt ihr beide da zurecht, oder? Wenn ich gewusst hätte, dass du eine Mokko rauslegst, dann... ...dann... 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 Ich hab Ghost, genau. Ich hab eher Waffen gehabt. Hättest du mal vorher sagen müssen, da ist ja kein Mensch mehr, Mikey. Da liegt doch mal ein Geld drinnen, vor allem. Ich hab mal ewig zu Wut. Da lag noch 1000 Pfund im Haus drinnen. Wer hat denn hier gelootet von euch? Ihr Sittiche. Haha, hier unten hat man Kohle. Du, Alter, lang heilst du. Zeig mal her, hier. Wo sind denn hier überhaupt die Gegner, Digga? Wir laufen jetzt halt rum. Was ist denn für ne komische Runde hier eigentlich? Ja, geradeaus sind wir hier geflogen gerade. Die Bunker werden in der Nähe, lass mal an. Doch, wir haben im Bunker in der Nähe. Das heißt, in der Nähe nicht mehr in die Nähe. Wir haben hier den Bunker, müssen wir da hinlaufen. Hier ist der Lauf. Wir können mal hinfahren mit dem Jeep. Geradeaus ist der Jeep. Lass uns da hinfahren, komm. Autowaren. Mit dem Auto fahren. 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 Mit dem Auto fahren wir hier. Mit dem Auto fahren wir hier. Fahr los in den Klan los. Aber du sagst nicht, Junge. Klar, Alter. Ich hab einen Lappen. Nein, du nicht. Alter. Ey, warte, du. Du bist da auch. Ah, ist das geil, Leute. Den erst mal herrennen lassen, Digga. Und dann fünfmal anfahren, bis er keinen Bock mehr haben und beleidigt sind. Dann sagen sie, ich fahr nicht mehr mit. Kenn ich doch alles, Leute. Kenn ich doch alles. Jawoll. Geh dich. Geh dich. Geh dich. Alter, beruhig dich. Ja, danke, danke. Wir sind nicht vorne. Kannst du nicht vorne. Cool clause, Benni. Ja. Ja, oh, ca. Wir nehmen jetzt die Flagge an von eurem Idioten, Junge. Was ist denn das denn was los? Ah. Ja, was ist denn los, Malki? Fritzkopf, du. Du bist der Fritzkopf. Ja, andere Seite. Ich gehören. Ja, die andere Seite. Nein, wir gehen alle bei Malki rein. Echte Seite. Halt dich, schnabel. Halt dich, schnabel. Halt dich, schnabel, Malk. Malk, halt's mir auch ein bisschen. Du kommst nicht da, wenn du zu fett bist, Meike. Ich war schon länges Rennen los, Digga. Bin ich schon fertig. Ich bin sogar mal durch hier ran, Junge. Dann liegt hier noch einmal das Perk Auffüll. Liegt bei mir noch einmal. Das Perk Auffüll liegt bei mir. Ich habe noch eine Ausrüstungskiste gefunden. Mach ich direkt hier hin. Scheißegal. Ja, ist ja so gut wie mittig drin. Ich werde noch mal runterkommen. So, kann man weiterlaufen. Haben wir alles. Die lohnt hier rin. Hat sich die lohnt hier rin. Ja, die ist ganz unten, Meike. Wenn du ganz runter gehst, wo du weiterfahren kannst. Mit den Dingern. Nein, Meike. Was kannst du überhaupt? Hör doch auf, jetzt. Hör doch auf, Meike. Hör doch einfach mal auf, Meike. Lass doch einfach mal sein. Schon wieder oben, Alex. Nein, glaub nicht, schon wieder oben. Ich geh zum Shop. Drohne kaufen, Buschen, Alter. Soll ich da unten noch machen? Ich gehste mal genudelt. Ich bin der Wirbelwind. Ich bin der Wirbelwind. Ich bin der Wirbelwind. Ich bin der Wirbelwind. Ist doch voll normal, ey. Ey, voll normal, ey. Denk damit so ein Tiro gegen den Squad, Leute. Da müssen wir ein bisschen dran denken. Schau mal jetzt, ey. Wobble, Wobble. Wobble, 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 Wobble. Ich hab noch mal ein Ding gefunden. Eine Bunkerkarte, ey. Da kommt ein Mock hoch in der Dusche. Ich bin da, ich guck. Da oben in der Shop. In der Bunker-Shop. In welchen Shop genau? In der Shop, Maximeike. Ja, rechts. Okay. Svenny, hol dir mal Selfies, Svenny. Ich mache Aufklärung. Ja. Toi, ey. An dem Shop? Nee, da müssen wir mal hinfliegen. Ich hole noch ne Drohne. Ich hole ne Drohne. Wir können doch noch Geist holen, eigentlich. Bei der Kiste. Hören wir noch Geist. Geist, ich hab Geist. Ja, du ja. Ich nicht, Bro. Ich hab ne Drohne rausgehauen. Ja, hol' mir auch Geist. Geist raus, Schmeister. Scheiße. Ja, sag ich denn. Unsere ist ja noch draußen jetzt die Ehe, ne? Wir fahren dann gleich zu den Wichsern hin, Leute. Hören wir zu irgendwo. Lalalalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalalalalalala. Sagt einer. Ja. Ich warte, wir haben noch schnell weggehe. Was soll ich denn warten, bis die Drohne abgelaufen ist oder was? Mensch, Junge. Warte, 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 warte. Wo bist du denn? Oh, deine Drohne mal raus, Mike. Geh den. Ich hab mir, dass wir jetzt hier irgendwo reinfahren. Verbündete Drohne hinterloft. Stöbern wir sie auf. Let's go, die ist alle vor uns. Wir steigen jetzt hier oben aus gleich. Hier aussteigen. Wir steigen Prezi auf'n Doch. Auf'n Doch. Werfe Granate. Rump. Ich hab' Totenstille an, ich hab' Totenstille an, ich hab' Totenstille an. Die werden auch von rechts beschossen. Kann ich akzeptieren? Ba thanks. Holger? Unter uns sind die noch. 黄要e auch. und wiederbelebt bei uns zwei leute bei mir noch drinnen saubern grädchen genau hier das macht micho bist du eigentlich was machst du da ist die frage gewesen wir brauchen die hier wir spielen schon in unterzahlen und du lässt uns alleine großer haben sie die denn geholt sind die noch da unten drinnen oder was am schiff oben ja welchem schiff dem schiff ok so sehe ich wollen wir gar nicht hingehen lassen zurückgehen wir können links nach links um den strand lang laufen wir falten die hochdigger bei den schiffen da so eine wildkarte noch über unseren bunker hier ist der treffpunkt kopfgeld ziel identifiziert auf spaß ja dein team mitgliedern zurückgeschenkt feiten vorne im shop vorne im nächsten bungalow hier drinnen rechts auch noch mal das gas breitet sich aus neue sicherheitszone wird markiert folglicher soldat wir wissen die denn dass wir da sind da übrigens wir laufen sehen ja ist doch gut ja ist doch gut mein ob ich glaube ich glaube ich bin auf noch Okay. alle drei kommen junge kann ich euch wiederbeleben jetzt kann ich in ruhe wiederbeleben das schmeckt das schmeckt doch am arsch ich hab jetzt hier alter nicht dass der da vorne ist leck mich doch nein 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 ich bin noch nicht da für dich soll man bei dir landen verpisst euch lieber hier werde ich dir nicht heiler runterkommen glaube ich glaube ich werde auch nicht mehr wegkommen glaube ich ja ist doch gut man da warst du noch so gestraft dafür dass alle weg holt man die kleinen fetten fotzen digga mann der mich auf dem sack ja gerade schon wieder und wo schießen die auf mich die ganze zeit von wo die schieten doch digga die schieten doch am jensen berg da oben willst du mich auch nicht treffen jeden schuss da oben oder was ich jetzt hier noch mal einen job und ein paar platten noch mal platten liegen noch mal hier ich drück mir kann ich nicht gucken dass er noch mal platten kaufen kommen kommen noch zwei mal platten ein für dich ruhig zwei mal platten noch mal ruhig du hast noch einmal noch platten kaufen und jetzt müssen wir laufen die irgendwie wie ein paar idioten von da oben aus er ist doch nicht sauber der ist doch nicht sauber da oben der typ erzählt mir doch kein brauch erzählt mir doch keinen dass der sauber ist da oben ist nicht sauber digga erzählt mir doch kein nein er ist nicht sauber china china schön china ja schade leute dann kommen die chinesischen da oben wieder noch 24 aktive feinde töte sie alle die sinners das mal bis 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 Dein Müller war auch mal weg. Wenn ich jetzt komme... Manni! Wo ist die eigentlich? Mach dir Spaß, du kannst doch noch reisen, du kannst doch noch reisen, Digi. Oh ja, kommt hier, kommt. Ja, du kannst doch noch reisen, Digi. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Langweilig. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, du hast die Klinge zuhören. Geht. Seid froh, wenns bis 3 wärm, bist das dann Chinen dabei. Was ist das? 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 Taktisches Warten? Taktisches Warten? Taktisches Warten seit 5-10 Minuten schon, Junge. Mensch. Schon eh weg, Junge. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Mann. Vielleicht kommt noch das Veterin, oder was ist, Mikey? Du spielst hier immer den Manns falschen Lauf eigentlich. Ja, was heißt falschen Lauf? Der hat jetzt den Schnellfeuerlauf. Da verzieht die ja schön die Waffe, Alter. Geh nicht weiter raus, Mann. Du bist gleich tot, Junge. Du hast noch tot. Denk dran, Diggi. Rechts neben dir. Jetzt geht's los, jetzt läuft er. Mike, mach den Run. Du bist da drinnen, Mike. Du bist da drinnen, Diggi. Er ist da drinnen. Von einem Bau in den anderen Bau. Du bist da nicht älter bist du da, Diggi. Mach dir überall gemütlich, wa? Diese EMP-Dinger, die EMP, Diggi, sind dafür da, dass wenn du die wirfst und ein Hit ist, dass derjenige keinen Rotpunkt mehr hat, keine Minikarten-Map, gar nichts mehr. Der hat ja keine Anzahl, wieviele Platten er hat, wieviele Gegner, gar nichts mehr. Die sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht zum Pushen. Der hat nicht getroffen, Mike, alles gut. Die haben nur noch 5 Meter, die Dinger, die haben sich ganz schön genervt. Wir kommen da, werfen eine Granate. Oh, hast du Glück, Junge. Eine hinter dir und eine vor dir. Wow, genau über dir schräg recht, Junge. Also noch 6 Leute, Mike, 3 Teams. Da ist er. Echt? Jetzt mal über dir. Da ist er noch gar nicht mehr. Der hat einen ganz in Wandersehen. Fünf Leute, zwei Teams. Muss auf der Ecke da raus, Mikey. Hier kommt eine Splittergranate! Jetzt haben wir ein bisschen so hoch, Alter. Schade, Alter. Kannst ja nichts machen jetzt diesen Morgen. Euch natürlich noch einen schönen Abend mit der Hamoudis. Ja, jedenfalls. Heute Abend eventuell ist das für den Urlaub, Mikey. Das wäre nicht mehr und uns. So, dann sehen wir mal in den Kommentaren. Ich hoffe, dass ich heute nicht auf eure Kommentare groß eingehen konnte. Wie gesagt, Facebook spinnt momentan so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es heute Abend ein bisschen besser ist, dass ich wieder eure Kommentare lesen kann und ein bisschen mehr mit euch interagieren kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, ihr Lieben. Liegt ein Schmerz aufs Auge, verbringt einen schönen Nachmittag. Bis heute Abend, haut rein! Ciao, ihr Süßen! Ciao, ciao!